Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nummer 457. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Herr Marvin. Hallo. Der Duke. Ja, Servus, hallo. Der Basti. Gude und Grüße. Und Frau Patricia. Hallo. Ja, da sind wir wieder zusammen, um gleich über erfolgreiche Spiele der Eintracht oder ein erfolgreiches Spiel der Eintracht zu sprechen und ob wir uns jetzt auf die Euroleague und so weiter freuen. Bevor wir das aber tun, möchten wir uns im Rahmen des Housekeeping ganz freundlich bei euch da draußen für eure anhaltende Unterstützung bedanken. Wir sind nach wie vor zu fast 100% rein finanziert durch euren Support da draußen und wir finden das ganz, ganz großartig und ich habe mir auch hier stellvertretend wieder jemand rausgesucht, nämlich den Wolfgang. Und wenn ihr da draußen uns noch nicht unterstützt, aber wisst, wie das geht, dann schaut ihr mal auf eintracht-podcast.de vorbei. Da gibt es eine Support-Seite, da findet ihr Kontodaten, PayPal-Adressen, Patreon und auch einen Amazon-Affiliate-Link, falls ihr jetzt schon Weihnachtsgeschenke kaufen wollt oder noch die letzten Angebote beim Cyber-Black-Wochenende, whatever, euch bei Amazon schießen wollt. Dann könnt ihr da noch draufklicken. Apropos schießen, geschossen hat die Eintracht auch am Wochenende das eine oder andere Mal aufs Tor und hat sogar zweimal getroffen und es gab verschiedenste Menschen, die behaupten oder sagen, das wäre das beste Saisonspiel bisher gewesen. Patricia, deine Meinung, ist das so oder nicht? Und wenn ja, warum? Ja, also schon. Auf jeden Fall eines der Besseren und davon gab es ja nicht viele, deswegen. Ja, nee, ich fand das schon sehr, sehr stark von der Eintracht, vor allem, was wir jetzt zuletzt gewohnt waren. Ich glaube, am prägnantesten ist einfach, dass die Eintracht da war. Also man hatte das Gefühl, die sind auf dem Platz von Anfang an und die gewinnen ihre Zweikämpfe, die gehen giftig da rein. Die wollen und das hat sich auf dem Platz gezeigt. Und dann ging plötzlich auch viel mehr zusammen, auch in der Offensive, plus die Defensive stand sehr, sehr, sehr gut. Also wir hatten ja auch schon einige Spiele der Eintracht gesehen, wo das mal wackeliger war, aber ich fand, diesmal ging das einfach sehr, sehr gut zusammen mit Hasebe in der Mitte als Libero, guten Spielaufbau und in Dika und Tuta, vor allem in Dika, ja, wieder eine Bank und Trapp sowieso, aber über den habe ich mich ja die ganze Saison nicht beschwert, deswegen habe ich heute auch keinen Grund zu. Ja, das stimmt. Generell ja ein bisschen umgestellt im Spiel. Der Trainer hat jetzt tatsächlich, glaube ich, auch erkannt, dass wir keinen adäquaten Stürmer haben und hat sich einfach gedacht, okay, dann stelle ich auch komplett ohne Stürmer auf und ist wieder zurückgegangen auf die Doppelzehn und hat Lindström von Anfang an gebracht, was ja auch gefühlt Kamada ein bisschen mehr Raum gegeben hat und somit mehr Möglichkeit, seine Kreativität auszuspielen. Wie hat dir denn, lieber Marvin, die Anfangsformation und das Spiel von Herrn Lindström vor allen Dingen gefallen? Also ich finde die Aufstellung natürlich mit so einer natürlichen Skepsis begleitet man das, gerade wenn man dann so sieht, wer dann auf der rechten Seite so rumbrüßelt, bleibt natürlich eine grundsätzliche Skepsis, aber das ist gar nicht böse gemeint. Wir haben da natürlich wieder ohne richtigen Stürmer gespielt oder ohne jetzt Borener zu nahe treten zu wollen. Wir wissen alle, was er kann. Es ist ein ganz wichtiger Baustein dieses Spiels, einer der wichtigsten Spiele der Frankfurter Eintracht, gerade mit seinem kämpferischen Willen, mit seinem Einsatz und auch mit dem, was er natürlich auf den Platz bringt. Aber ich wurde gerade in diesem Offensivbereich ein bisschen eines Besseren belehrt. Wir haben viele Aktionen gesehen, viel, was sich bemüht, nach vorne gearbeitet hat und Lindström war ganz klar einer der absolut Besten an diesem Spieltag. Man merkt, er kommt immer besser rein und es ist auch richtig, dass ein Oliver Glasne, der ihn im Training sieht, ihm das Vertrauen gibt und Lindström zeigt das und zahlt das dementsprechend zurück. Und insgesamt muss ich sagen, diese Aufstellung gerade, sage ich mal, von der Mitte heraus richtig gut. Wenn ich mir die Mitte angucke, die Mittenpositionierung mit Hasebe, der ein herausragendes Spiel gehabt hat, Jakic und So sind für mich zwei Spieler, die sehr, sehr gut zusammenarbeiten und dementsprechend dann auch auf die Außen mit Lindström geben können. Ich finde, ein wechselhaftes Spiel hat durchaus Kamala gemacht. Darüber kann man geteilter Ansicht sein. Trotzdem merkt man natürlich seine Qualität, aber insgesamt war das natürlich ein Spiel, wo die gesamte Mannschaft geglänzt hat. Und das war für mich das absolut beste Spiel der Saison und ich muss echt sagen, man merkt natürlich, woran es noch rakt. Aber mit diesem Einsatz, mit dieser Bissigkeit und dass sie an jeden Ball gehen, das hat diesem Spiel auch eine gewisse Sicherheit gegeben, die ich zuvor bei der Eintracht vermisst habe. Ja, du sprichst viele richtige Punkte an. Auch wenn die Eintracht nicht die meisten gewonnenen Zweikämpfer, da haben sie zumindest sehr viel engagierter gefühlt, sich gerade in dieser ersten Hälfte in dem Spiel bewegt und da auch versucht, einfach viel mehr Druck zu erzeugen. Was auch, wie ich fand, mit den drei Offensiven und Leon hat das gerade im Chat auch nochmal geschrieben, durchaus auch zu tun hat, die auch sehr konsequent sehr früh ins Press hingegangen sind und damit auch viel wieder auf sich gezogen haben und dann auch Kostic mehr Freiräume hatte. Du hattest gerade eben einen Punkt erwähnt, da musste ich an eine spezielle Szene denken, du hast gerade, wer so auf der rechten Seite rumgegeistert hat. Da kam mir sofort diese eine Szene, ich weiß nicht, wann es war irgendwie, ich glaube, es war Mitte 20. Minute oder irgendwas, wo Chandler komplett frei auf der rechten Seite ist und Jakic sich dann trotzdem entscheidet, einfach so aus 35 Metern zentral aufs Tor zu schießen, anstatt rechts raus den Ball zu geben. Das fand ich schon eine sehr bezeichnende Situation, was aber unter anderem auch wahrscheinlich damit zusammenhängt, dass selbst wenn er den Ball rausgespielt hätte, am Ende wieder keiner da vorne gewesen wäre, der den Ball hätte verwerten können. Das fand ich so ein bisschen bezeichnend von der Situation her einfach. Basti, wer hat dir denn das Spiel gefallen? Ja, zwangsweise gut, muss ich sagen, weil Patricia hat es schon angemerkt, es war auch nicht schwer, die beste Saisonleistung zu zeigen. Ich glaube, so kann man dieses Freiburg-Spiel auch einordnen, weil unfassbar geil war das jetzt auch nicht. Ich glaube einfach, dass wir noch unter dem Eindruck gerade von diesem Fürth-Spiel standen und im Vergleich dazu waren das halt Welten. Die Eintracht war von Anfang an präsent, die haben sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, es waren nicht mehr diese merkwürdigen Fehlpässe, die wir die ganze Zeit drin hatten. Die haben Zutrauen gehabt, die haben, obwohl sie weiterhin, ich sage es immer wieder, ohne Stürmer spielen, Torchhausen sich erarbeitet und haben einfach 2-0 zur Pause in Freiburg geführt, wo unter anderem Borussia Dortmund verloren hat. Also das ist einfach glaube ich dann auch klar, dass du da nicht irgendwie die Sterne vom Himmel spielst, weil es halt Freiburg ist und die stabil sind. Die haben ja auch Chancen gehabt. Es war ein offenes, gutes Fußballspiel und die Eintracht ist da nicht untergegangen. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Ich glaube, dieses Wort wichtig habe ich in allen Sendungen, wo ich irgendwo zu Gast war, schon 70.000 Mal gesagt, aber es beschreibt halt dieses Spiel. Es war einfach unglaublich wichtig, weil es auch nicht zu erwarten war. Also ich glaube, dass wir hier alle auch zufrieden gewesen wären, wenn die Eintracht da 2-2 spielt. Klar, je nach Spielverlauf, aber ein Punkt in Freiburg wäre in Ordnung gewesen. Dass du da jetzt gewinnst, besorg dir einfach endlich diese Ruhe, um dich in den Winter zu retten, um dann trotzdem zu reagieren. Ich hoffe nicht, dass man denkt, das funktioniert jetzt immer so da vorne. Weil ich finde auch, dass du, obwohl die Eintracht es gut gemacht hat, gesehen hast, dass in gewissen Situationen einfach zu sehen war, dass da kein Stürmer ist, der einfach immer Bock hat, teurer zu schießen, sondern dass da sehr, sehr viele, ich sag mal so, Special Operations Leute sind, die gewisse Stärken haben. Aber da ist keiner dabei, wo du sagst, okay, das ist ein absoluter Sniper, weil, ich glaube, Lindström oder Jarkic, Jarkic und Lindström haben, glaube ich, Boré zweimal echt gut freigespielt. Und du hast gesehen, dieser absolute Zug zum Tor, der ist bei ihm nicht da, der hat sich in der Vergangenheit auch immer wieder fallen lassen. Erinnert euch an Pireos, da spielt Boré den Pass auf Kamada. Also, Boré ist für mich einer, der auch einer von diesen Doppelszenen sein könnte. Muss jetzt da alleine vorne rum machen und Marvin hat gesagt, unter diesen Umständen macht er es überragend. Also, ich habe von Boré noch kein einziges, unfassbar schlechtes Spiel gesehen. Ja, ist richtig. Also, hast du komplett recht, als du das so gesagt hast, kam mir die eine Szene auch wieder im Kopf, wo Kamada komplett frei von rechts in den Strafraum kommt und eigentlich das 3-0 quasi auf dem Fuß hat und dann, ja, Kamada is doing Kamada Abschlüsse. Hatten wir, glaube ich, auch schon des Öfteren erwähnt. Vielleicht gucken wir nochmal kurz auf die beiden, oder sprechen nochmal kurz über die beiden Tore. Das 1-0 aus unserer Sicht macht Lindström nach, ja, im Zusammenspiel mit Jarkic und hat Glück, dass er den Ball hat. Und spielt dann da quasi so, naja, aus dem Fußgelenk den Ball rein und jubelt schon, nachdem der Ball quasi nur Richtung Tor rollt. Also, er war sich sehr sicher, dass der reingeht. Und dann das 2-0 Kostic mit dem Freistoß, wo, ja, ich würde sagen, es ist so eine Mixtur aus Können und auch Glück, dass kein Spieler drankommt und Flecken sich da auch komplett verschätzt, meiner Meinung nach, und nicht rechtzeitig rausgeht. Und gut, dann kommt er halt nochmal glücklich auf. Aber auch solche Tore brauchst du am Ende, oder, Dennis? Ja, obwohl du sagen musst, gerade bei dem 1-0 bist du eigentlich ein bisschen zu spät für meinen Geschmack eingestiegen, denn die Balleroberung vorher, und das passt auch zu dem, was ihr alle jetzt schon gesagt habt, der Verbund hat gepasst. Fast endlich waren die Reihen mal nicht so weit auseinander. Das war ja teilweise, wo du gesagt hast, wenn der Gegner sich ein bisschen gut anstellt, dann überspielt er einfach ganz schnell das Mittelfeld, dann wird es hinten für die Abwehr eng, dann sind die Räume zu groß. Das haben wir diesmal sehr, sehr gut gemacht. Wir haben zweite Bälle gewonnen, wir haben den Einsatz gezeigt, gerade auch vor dem 1-0. Ball erobert, schnelle Umschaltspiel. Natürlich hast du vorne auch Glück. Klar, Jakic geht da gut in den Zweikampf rein, ins 1 gegen 1. oder ins 1 gegen 2 eigentlich. Der Ball brellt ein bisschen hin und her und Lindström macht das eiskalt. Super, auf jeden Fall. Das Spielglück brauchst du. Aber das ist mir zu kurz gegriffen, weil du hörst ja auch von ganz vielen, ach, die Eintracht hat so ein Glück gehabt gegen Freiburg. Da macht sie zwei ganz glückliche Tore und gewinnt dadurch. Viel zu kurz, viel zu schmalspurig erklärt. Die Situation ist nämlich eigentlich eine ganz andere. Die Eintracht hat eine souveräne Leistung gezeigt. Sie hat erkämpft, sie hat das Glück erzwungen, auch an vielen Stellen. Und das ist für mich, das 1-0 ist der ganz klare Beweis. Das 2-0, da sind wir uns alle einig, ich denke nicht, dass Kostic tatsächlich geplant hat, einen Torschuss daraus wirklich zu generieren. Auf der anderen Seite ist es, die Bälle sind so scharf und dann doch mit den passenden Längen geschossen, dass das immer passieren kann, wenn keiner drankommt, ist eine schöne Sache für uns. Aber es zeigt einfach nur, dass wir endlich, hoffentlich angekommen sind, endlich auch diese dummen Fehler abgestellt haben. Basti, du hast so schön vorhin auch schon gesagt, Abspielfehler im Aufbau, sinnlos dann zweite Bälle immer wieder verloren und so weiter. Das habe ich hier nicht gesehen. Wir sprechen immer noch davon, dass Freiburg vorher, glaube ich, Dritter war. Oder wir waren ja sehr, 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 sehr erfolgreich bis jetzt in dieser Runde. Also davon hat man nicht viel gesehen. Und ich glaube nicht nur, dass daran lag, dass Freiburg einen total schlechten Tag hatte, sondern ich glaube tatsächlich, dass wir das endlich mal gut gemacht haben. Also ich sehe das ganz genau so. Ja, sorry, Basti. Ich wollte nur ganz kurz ergänzen. Am Ende ist es egal, wie die Tore fallen, weil die Eidrat hatte auch zwei andere Chancen. Also klar war das dann in den Einzelsituationen Glück, aber es ist nicht so, dass das die einzigen beiden waren und die dann völlig mit Mehl nach Hause gefahren sind, sondern, aber gut, dann machst du halt durch Lindström und durch eine Standardsituation das 2-0, dann ist es das Gleiche. Ich wollte einfach nur sagen, die Chancen waren da, dass das jetzt so reingeht, ist eigentlich auch völlig egal. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde nicht, dass das irgendwie Glück war. Also der Aspekt des Glücks wird mir hier total über, also generell zu überinterpretiert dargestellt, weil ich muss ehrlich sagen, die Eidrat hat das herausgearbeitet. Die Eidrat hat Fußball gearbeitet an diesem Sonntag. Und das ist auch mal wichtig. Ich meine, in den letzten Wochen haben wir uns immer wieder beschwert oder haben zumindest gesagt, dass die Eintracht einen anderen Weg finden muss, wieder ins Spiel zurückzukehren, auch sich Selbstsicherheit zu erarbeiten. Und genau das haben sie ja gemacht mit Tacklings an der richtigen Stelle, mit einer Bissigkeit, mit einer Griffigkeit gegen den Gegner. Und schau dir mal bitte an, die einzelnen Szenen, wo du gemerkt hast, dass die Freiburger dann unzufrieden waren, dass die Freiburger sauer waren, dass sie nicht in das Spiel gekommen sind, wie sie es eigentlich erhofft haben. Und genau das ist die Arbeit von einer konsequenten, ja, wie soll ich sagen, an den Mann herangehen, wo du konsequent daran arbeitest, dass du den Spieler entnervst, den Gegner, und selber dir dadurch dann auch Chancen erarbeitest. Genau das ist der Weg. Du kannst heute nicht mehr nur, zumindest in dieser Hinserie, kann die Eintracht nicht durch Schönspielerei gerade die Punkte holen, weil das haben sie am Anfang probiert und das hat nicht funktioniert. Und jetzt gehst du über diese Körperlichkeit, kommst dazu zurück, was die Eintracht jahrelang ausgemacht hat. Und dann funktioniert das andere auch wieder. Und dementsprechend, das war erarbeitet. Für mich war das kein Glück, noch nicht mal die Personen wie Tutor, die dann zum richtigen Moment am richtigen Ort standen und den Ball dann rausgehauen haben. Ja, natürlich, klar, so ein Kostic-Ding geht halt auch nicht immer rein. Aber da muss sich auch Freiburger an die eigene Nase fassen. Die haben selbige Chancen nicht genutzt. Und auch bei uns war es so, dass wir einige Konter nicht so ausgespielt haben, wie das vielleicht eine absolute Topmannschaft macht. Da fehlt uns dann vielleicht auch noch die letzten fünf Prozent. Ja, aber da sagst du es doch. Also es ist halt wirklich so, dass man sich das ja erarbeitet. Also selbst wenn es eine glückliche Situation ist oder sowas, du musst ja überhaupt erst mal was nach vorne machen und selbst arbeiten, dass du überhaupt in solche Situationen kommst. Und das finde ich ist gut gelungen. Ich glaube auch, dass man dadurch so Selbstbewusstsein gewonnen hat. Also man ist ja 2-0 in Führung gegangen gegen eine Mannschaft. Man muss auch sagen, Freiburg hat bis dato neun Tore kassiert gehabt. Nur die haben ja eine sehr stabile Defensive. Du musst erst mal 2-0 in Führung gehen. Und dann kommt es aber auch. Also man hat ja auch gesehen, wie die Eintracht dann aufgetreten ist insgesamt. Das war einfach stark. Und man hat gemerkt, dass dieser Spielverlauf, so kann es auch gehen. Weil sonst gerät die Eintracht irgendwie in Rückstand und rennt hinterher und schafft es dann irgendwie. Klar, man hat sich dann auch aus dem Rückstand noch manchmal ein Unentschieden erarbeitet oder das Spiel drehen können. Keine Ahnung. Ist ja alles schön und gut. Aber man sieht ja, wenn du 2-0 in Führung gehst, was daraus entstehen kann. Also du fängst dir gar kein Gegentor. Und es war einfach durchweg souverän. Und ich glaube, das hat denen auch noch mal gezeigt, hey, pass auf, so kann es auch gehen. Lass den Gegner doch mal arbeiten. Lass den Gegner doch mal Kräfte aufwenden, um zurückzukommen. Und ja, ich fand das insgesamt stark. Und auch, wie Marvin gesagt hat, einfach gut erarbeitet insgesamt. Ja. Also wie gesagt, ich finde, das war eine sehr, sehr gute Leistung. Wir haben viele positive Aspekte gesehen. Natürlich, an guten Tagen funktioniert dann alles. Auch dann sind offensichtliche Baustellen weniger dramatisch, an denen man im Winter auf jeden Fall trotzdem arbeiten muss. Nur wenn es jetzt, ich will, ich warne nur davor, nicht, weil man ja sagt, okay, das funktioniert jetzt. Und wir wurschteln uns jetzt auch mit guter, harter Arbeit jetzt in die Winterpause. Ich glaube, wenn die Eintracht so weitermacht, kommen da noch einige Punkte dazu. Trotzdem gibt es noch Aspekte, die bearbeitet werden müssen, um das Ganze auch tragfähiger zu machen. Also sowas nie vergessen. Nur weil es gerade, weil man gerade, wie die Bundesregierung im Sommer auf Sicht gefahren ist in Sachen Corona, das Böse erwachen kann immer noch kommen. Und dementsprechend vordenken. Da macht man der Bundesregierung was vor. Hellmann hat ja jetzt gestern auch so ein bisschen latent die Politik zu Recht für ich finde kritisiert. Selbe sollte er im Fußballbereich nicht machen. Also nicht auf Sicht fahren, sondern progressiv nach vorne denken und dementsprechend ganz vorne nämlich auch da noch jemanden holen, der uns ein bisschen in der Breite und wahrscheinlich auch in der Spitze qualitativ helfen kann. Aber was ich nochmal ganz kurz erwähnen wollte, wir haben ja eben über die Offensive gesprochen. Lasst uns mal vielleicht auch mal ein bisschen über eure Stars so ein bisschen sprechen, was besonders gut lief. Und da fand ich, Hasebe, Makoto Hasebe hat doch diesem Spiel enorm gut getan. Also mit seiner Sicherheit, wie er auch Bälle wieder verteilt hat, wie er das Spiel auch nicht nur in Sachen hohe Bälle gut gemacht hat, sondern wirklich auch aktiver. Genauso in Indika hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wie habt ihr das gesehen? Indika würde ich auch gerne nochmal hier erwähnen, weil wir ihn bei Fußball 2000 so ein bisschen vergessen haben. Genau. Nicht nur in dem Spiel so. Also Indika ist einfach, wir hatten ja so ein bisschen vor der Saison gesagt, das ist so die Indika-Saison. Also das ist die Saison, wo er genau das machen muss, was wir von ihm verlangen, was zum Beispiel Touré nicht macht. Also, weil eigentlich ist es auch die Saison, wo Touré jetzt endlich liefern müsste. Und als der reingekommen ist, hat er sofort wieder einen Leichtsinnsfehler gehabt, der dann irgendwie fast uns in Schwierigkeiten gebracht hat. Und bei Indika ist es eben nicht so. Ich glaube, Indika macht die Saison diesen Schritt. Ich hoffe, jetzt ein bisschen besser spielt, weil es dann für ihn leichter ist. Und dann tut es mir weh, fast das zu sagen. Aber eigentlich ist er dann wahrscheinlich einer der ersten Kandidaten, für die wir im Sommer viel Cash kriegen. Ja, da war ich gedanklich auch gerade, als du angefangen hast, das auszuführen. Also ich stimme dir da komplett zu, auch gerade in dem Spiel, aber auch in der letzten. Er macht eine sehr solide Leistung, sowohl in der Defensive, aber auch im Spielaufbau und den Ball nach vorne bringen. Auch gerade das Zusammenspiel mit Kostic da auf links funktioniert einfach auch hervorragend. Und ich hätte genau die Befürchtung, dass er dann einer der Kandidaten ist, die ganz oben dann auch auf der Liste von anderen Klubs stehen werden. Und wir im Zweifelsfall sogar nicht mal viel dagegen tun können, weil wir je nach Saisonverlauf und drumherum auch durchaus auf Kohle angewiesen sind. Ja. Was auf jeden Fall noch mal ganz kurz zu den Leuten, die ihr jetzt auch schon genannt habt oder insbesondere auch zu Herr Seebe in dem Sinne krass ist, finde ich. Vorher hätte man gedacht, oh Gott, vor dem Spiel fallen aus Hinteregger, vor dem Spiel sitzt maximal für ein paar Minuten auf der Bank Rode und so weiter und so fort. Das war ja eigentlich undenkbar, dass du hier dann solide was abliefern kannst, einfach weil Herr Seebe auch in den Spielen, in denen er vorher gespielt hatte, nicht so wirklich an sein Leistungsniveau rankam, woran auch immer das liegen mag. Mit komischen Individualfehlern und so weiter. Einfach Sachen, die wir von ihm nicht kennen. Jetzt bei dem Spiel bin ich voll bei euch. Alte Stärke, da wird es tatsächlich fast, oh, jetzt nehme ich tatsächlich Herr Seebe raus, damit Hinti wieder auf die Position kann. Ist tatsächlich für mich dann was, wo man nicht sofort sagen kann, ja, das ist jetzt so, weil Herr Seebe hat sich eigentlich den Platz momentan da verdient. Da gibt es eigentlich keine große Idee zu wechseln. Genauso ist es ja auch für Jarkic. Jarkic zeigt jetzt wirklich Spiel für Spiel auch mit dem Zug dann nochmal nach vorne bezeichnend, dass er dann das eine Tor mit vorbereitet hat. Also es sind Situationen, wo man sagen muss, normalerweise ein Rode unverzichtbar mit seiner Galligkeit und so weiter. Jarkic auch jetzt wirklich richtig angekommen, richtig geiler Mann und mit auch dem entsprechenden Zug zum Tor und jetzt als Vorbereiter auch noch. Also die beiden wollte ich jetzt nochmal einfach nochmal drauf eingehen. Einfach weil es Positionen sind, wo wir lange Zeit gedacht haben, wenn die Hauptspieler, die da eigentlich gesetzt sind, wie ein Rode, wie ein Hinteregger ausfallen, wir in richtige Probleme kommen und die das super kompensiert haben, zumindest gegen Freiburg. Finde ich gut, dass du das ansprichst. Wenn du schon sagst, nur kompensiert, also ich bin mir da gar nicht so sicher. Ich glaube bei Jarkic sogar, dass das eher ein Starter ist als Rode sogar. Einfach, also Glasner hat ja selbst gesagt, Rode ist aufgrund der Fitness, aufgrund seines Körpers ist einfach eher nur noch so ein Mann für 30 Minuten aktuell. Von daher glaube ich, Jarkic ist so aktuell die Nummer eins auf der Position neben Sow und nicht Rode. Also und ich weiß auch nicht, inwiefern so leid es mir tut, inwiefern das bei Rode auch irgendwann nochmal wird, dass er so stabil ist körperlich, dass er das schafft, der nochmal die Nummer eins zu sein, der vielleicht auch mal 90 Minuten dadurch zieht. Und das sehe ich aktuell nicht. Deswegen finde ich das auf der Position sogar relativ unproblematisch, weil man weiß, okay, Rode ist da, Rode kann spielen, aber es ist irgendwie auch kein Problem, ihn durch Jarkic zu ersetzen, weil es andersher gar nicht geht. Ohne Scheiß, ehrlich gesagt, als du darüber gesprochen hast, ist mir eigentlich klar geworden, ich glaube, wenn einer von den beiden in der Mitte jetzt aktuell rausfallen würde, dann ist das eher so. Also Jarkic ist für mich die Nummer eins da in der Zentrale und irgendwie bin ich sehr glücklich, dass meine beiden Lieblingsspieler nebeneinander da spielen, Zou und Jarkic aktuell. Das ist für mich überragend. Und das heißt ja nicht, dass nicht Rode auch noch spielen kann, wenn du, keine Ahnung, gegen starke Gegner spielst, kannst du auch ein dreierstzentrales Mittelfeld haben und Zou ein bisschen vorziehen, wie Marvin das mal vorgeschlagen hat, dass du quasi mit Rode und Jarkic auf der Sechs spielst, Zou auf der Acht, um einfach so ein bisschen mehr abzusichern, wenn du, keine Ahnung, mal ein 4-3-3 spielen willst oder so. Also seien wir einfach froh, dass wir da Auswahlmöglichkeiten haben und erinnert euch, das war sogar diese Saison anfangs, als der erste Sub, der reingekommen ist, auf der Position Rustic war. Ja, also ich glaube, da kann man sehr, sehr froh sein. Ihr sprecht die Qualität aller drei Spieler an. Es ist für Sebastian Rode wahrscheinlich auch ein bisschen relaxter, also um es mal positiv zu sehen, dass er vielleicht sich auch weiterhin auf seine Genesung konzentrieren kann. Na klar ist er immer jemand, der reinkommen kann, wenn es wirklich brennt. Und wir haben ja gesehen, wie wichtig er war oder sein kann. Wie gesagt, allein gegen Fürth war es ja immens. Hatte auch einen richtigen Strahl und darüber haben wir ja letzte Woche schon gesprochen. Aber die Tatsache, dass mit Christian Jakic ein Spieler so gut in dieser kurzen Zeit schon in der Bundesliga angekommen ist, das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit. Das muss man auch mal sagen. Ich weiß nicht, wie schnell er jetzt seinen Marktwert mindestens verdoppelt gerade. Aber das ist ein Spieler mit diesem Potenzial, mit diesem Willen, der auch vorangeht, der auch emotional dieses Team auch pusht. Und das ist richtig gut. Und du hast mit Chipilsohn, ein Spieler, der ein bisschen unauffälliger spielt, aber unfassbar viel Wert ist für diese Mannschaft. Interessanterweise ist es auch so, das erkennt man schon. Diese Ruhe, die er dem Spiel gibt, die er am Anfang ja der Eintracht nicht geben konnte, wo er erstmal reinkommen konnte. Aber wir sind froh, dass wir diesen Weg mit ihm gemeinsam gegangen sind, um ihn jetzt im zentralen beziehungsweise defensiven Mittelfeld zu haben. Und das ist eine sehr, sehr luxuriöse Position. Alles, was dahinter kommt, ist, wie wir ehrlich sein müssen, eine Nummer schwächer. Aber dass wir diese drei Nummern haben, richtig guter Satz. Ich fühle mich mittlerweile da sehr, sehr gut aufgehoben und bin einfach nur gespannt, was in anderen Positionen kommt. Aber ich will den Stab über die anderen nicht sprechen. Ganz im Gegenteil. Ich freue mich sehr, dass die Eintracht so kollektiv gut gespielt hat und jeder seinen Teil gegeben hat. Übrigens auch Kevin Trapp. Grüße an dieser Stelle. Schade, dass wir hier nicht so Einspieler haben. Ja, das ist schon gedacht. An welchen Einspieler dachtest du an dieser Stelle? Wie Marvin sehr oft Kevin Trapp erwähnt. Ah, er strahlt Sicherheit aus. Kevin Trapp, erneut eine gute Partie. Kevin Trapp. Wenn er Eins der Mannschaft gibt, dann ist es, dass er Sicherheit ausspricht. Ja, René, mach doch mal, mach doch mal wenigstens so ein Soundboard, so Ehren von TV total. Oh ja. Soundboard habe ich da, aber ich weiß ja immer nicht, ob ich das einspielen darf, so rechtlich und so. Das ist so ein wenig öffentlich-rechtlich. Dafür bin ich da, ich sage einfach ja. Okay, gut. Dann bereite ich das für das nächste Mal vor. Ähm, also deine Frage war ja, wer wären so unsere Spieler, die wir da gesondert, nochmal erwähnen würden. Ich wäre tatsächlich auch bei Jakic, ähm, aber auch Lindström, weil ich finde, er hat schon so ein bisschen auch eine Entwicklung gemacht. Also im Vergleich zu den, zu den Einwechselminuten, die du bei ihm gesehen hast, fand ich schon auch, dass er jetzt in diesem, von der, in dieser Startelf von Anfang an komplett anders unterwegs war, ein bisschen mehr sich mit dem Thema Bundesliga beschäftigt hat, da einen Weg gefunden hat. Glasner hatte ja auch im Nachgang, im Interview war es, glaube ich, weiß nicht, ob es Onfield oder auf der Pressekonferenz war, ähm, auch gesagt, dass sie viel miteinander gesprochen haben und dass, ähm, Lindström jetzt auch ein bisschen mehr verstanden hat, was von ihm erwartet wird und wie das in der Bundesliga so läuft. Also ich finde schon, dass der da so den ersten Entwicklungsschritt gemacht hat und so langsam habe ich so das Gefühl, ich verstehe, warum man diesen Spieler, äh, jetzt gekauft hat und nicht verliehen hat, sondern behalten hat. Äh, äh, Pastien hat ja auch einen ganz wichtigen Punkt bei Fußball 2000 gesagt und das vergisst man, vergesse ich immer wieder, Lindström ist halt auch gekauft, ne? Ja. Lindström ist ein eigener Invest, den du auch vorantreiben musst und hat eine eigene, hat ja auch Qualitäten, das sehen wir ja und das ist ja gut und bei Hauge, äh, oder Heuge ist, würde ich mir das auch wünschen, dass da auch mehr kommt. Wir haben ja immer wieder gefordert, Heuge in den Stürm, das kann auch perspektivisch noch sein, aber das ist halt jetzt jemand mit Lindström, der immer Anlagen gezeigt hat und die jetzt auch dementsprechend bestätigt und wenn der dementsprechend auch reinkommt in diese Mannschaft, noch tiefer, noch mehr sich festsetzt, zwischenzeitlich sogar auch besser performt als ein Kamada, äh, der natürlich unfassbare Qualitäten hat, aber die auch manchmal zu selten abruft, wie gesagt, auch ein gutes Spiel gemacht, Kamada, wir wissen alle, was er kann, aber, äh, das ist trotzdem schön zu sehen, dass Lindström da jetzt einfach performt. Bei Lindström muss man auch nochmal erwähnen, weil im Endeffekt wurden wir bei Fußball zu tausend auch ein bisschen kritisiert, weil wir Lindström immer erwähnt haben und gesagt haben, wir verstehen nicht, warum der geholt wurde. Ich glaube, da haben die Leute auch nicht komplett zugehört. Es ging gar nicht darum, dass man sagt, der Spieler Lindström ist scheiße. Es ging einfach darum, dass du mit Heuge und Lindström zwei Modelle gewählt hast, den einen hast du gekauft, den anderen hast du irgendwie ausgeliehen, beziehungsweise habe ich jetzt vielleicht auch gelesen, dass da bei gewissen Einsätzen du den kaufen musst, da gab es die verschiedensten Dinge, die da geschrieben wurden. Das sind beides geile Spieler. Trotzdem, ehrlich gesagt, würde ich einen von beiden gegen den Mittelstürmer immer noch tauschen. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich Lindström nicht geil finde, weil überleg mal, du hast halt mit Hauge jemanden, der ja ein gewisses internationales Format hat, der jetzt ständig 90 Minuten auf der Bank sitzt, während du ohne Stürmer spielst und ich bleibe dabei. Das ist eine Fehlplanung. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich mich nicht genauso wie Marvin freue, dass Lindström das gezeigt hat und ehrlich gesagt, dieses Tor unterschätzt das man nicht. Das machen nicht viele. Dieses Ding, dass du deinen Oberschenkel so straff ziehen kannst, dass du den da einfach wie selbstverständlich auf diese Art und Weise gedankenschnell den in die Ecke schiebst, wie als wäre Thierry or Rie in deinem Körper. Das ist schon geil. Und ich hoffe sehr, weil überlegt euch mal bitte, wenn wir irgendwann einen Mittelstürmer haben, auf den die Gegner sich konzentrieren müssen, weil die wissen, okay, das ist Gott. Und dann hast du dahinter noch Boree und Lindström. Und die können dann zwischen den Räumen sich eher bewegen, wie sie es wahrscheinlich auch lieber machen. Das kann schon ganz geil werden. Und René, du hast es auch gesagt, muss man leider auch sagen, bei aller, aller Liebe für Timmy Chandler, dieser Jakic-Moment, den habe ich auch noch im Kopf. Das reicht halt nicht mehr, Leute. Und da muss die Eintracht auch selbstkritisch mal mit sich sein und nicht immer wieder diese Wagenburg zurückgehen und dann sagen, nee, 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 nee. Ein Transferfenster, wo es so ist, dass Timmy Chandler so viele Spiele von Anfang an macht, kann nicht komplett geklappt haben. Ja, wie gesagt, diese Szene hat halt für mich zwei Komponenten. Zum einen, dass du mit Chandler mit Sicherheit nicht den optimalen Mann da draußen hast. Aber auf der anderen Seite, dann spielst du den Ball da raus, was soll er denn damit machen? Du hast ja vorne keinen Abnehmer, weil du halt eben keinen Stürmer da vorne drin hast. Also es bringt dir halt in der Situation auch nichts. Das ist halt auch so ein bisschen lustig. Du hast doch trotzdem so ein bisschen immer auch, ich meine, Kostic im Spiel auch voll viele Situationen, die flanken halt immer noch. Und dann fragt man sich schon, auf wen flankt ihr denn da gerade? Ja, das war halt auch so ein Punkt, den ich nicht verstanden habe. Du hast halt Spieler, die klein und wuselig und technisch stark sind und dann haust du halt eben eine scharfe Flanke so auf zwei Meter zehn, zehn, zwei Meter zwanzig Höhe da rein und dann auch denkst du, äh, was? Warum? Bringt dir nichts? Also, aber gut, ich meine, es ist wahrscheinlich dann auch so ein Reflex, den du dann relativ schwierig da rauskriegst. Ich war jedenfalls von dieser Dreier Offensivoption da vorne sehr positiv angetan und könnte mir durchaus vorstellen, dass bis zu dem Zeitpunkt, wo wir einen hundert Prozent Mittelstürmer da vorne dann ab dem Winter haben, dass so eine Konstellation ist, wieder zurück auf diese Doppelzehen und ein Boree da vorne oder vielleicht auch mal ein Heuge da vorne rein, dass das eine Variante ist, die durchaus funktionieren kann, meiner Meinung nach. Und was ja auch zu dem passt, was Glasner sagt, ich hatte, ich weiß nicht, in welchem Interview es war, wo er nochmal drauf, ja, hat er auch Lindström entsprechend nochmal gelobt und hat gesagt, endlich haben die Spieler vorne das umgesetzt, was wir wollen, nämlich Bälle flach nach vorne zu spielen, so diese Zweikampf, auch die Balleroberung im 16 Meter, dann nochmal sozusagen die Bälle nochmal flach am Fuß zu haben, um daraus Tore zu generieren, was ja im Gegenzug sagt, die wollen gar nicht momentan, weil sie selbst wissen, dass vorne kein Abnehmer da ist, diese Flanken von der Seite nur und dann haben wir schon Verwerter wie ein Silva oder wen auch immer da vorne drin, das ist einfach, steht nicht zur Verfügung, dementsprechend scheint eher die Ansage von Trainerseite zu sein, versucht es spielerisch mit flachen Bällen zu lösen, was ich sagen muss, stimmt, das hat bis jetzt nicht so toll geklappt, wenn, ich bin aber noch ein bisschen zu früh, um zu sagen, ich finde toll, dass ihr so euphorisch seid und sagt, jawohl und geil und Lindström, super Kell und Dings, ich hoffe, er kann es halt bestätigen, denn das fehlt ja hier momentan noch so ein bisschen, jetzt haben wir endlich mal zwei Spiele in Folge gewonnen, da noch mit einer Woche Pause zwischendrin und so weiter, also ich hoffe, wir können es einfach bestätigen, weil das, was ich gesehen habe, gefällt mir richtig gut und wenn Lindström und auch die Mannschaft generell jetzt ein System gefunden hat, was vielleicht dann auch dem entspricht, was Glasner sich überlegt hat und wir alle haben gefragt, was ist denn Glasners System, du konntest es auf dem Spielfeld gar nicht erkennen. und dann hoffe ich trotzdem, dass das das nicht ist. Ja, ist das so? Ich will nicht so weiterspielen. Ohne Stürmer. bis zum Winter doch, was willst du sonst machen? Ja, aber bis zum Winter, wer soll die Rolle übernehmen? Ja, aber du hast jetzt eher von langfristigen Sachen gesprochen, dass Lindström das bestätigen muss, ich glaube, du musst damit rechnen, der wird auch noch in ein Loch fallen, das ist ein junger Kerl, der wird, ehrlich gesagt, wird wahrscheinlich Lindström die komplette Saison brauchen, um überhaupt ansatzweise zu sagen, er ist jetzt 100% Bundesliga abgehärtet, damit musst du auch rechnen, Lindström wird nicht derjenige sein, der uns die Saison rettet und ich glaube, den Glasner Fußball wirst du bis zum Winter auch nicht mehr komplett sehen, weil ich bleibe dabei, ich hoffe sehr, dass das das trotzdem nicht ist, weil bei aller Euphorie, wie du schon gesagt hast, Dennis, das ist jetzt auch nur ein Sieg in Freiburg, so das kann schon wieder komplett anders aussehen, wenn wir jetzt gegen Anwerpen und Union verlieren, was beides passieren kann, weil das gute Mannschaften sind und ich hoffe einfach, dass was Marvin gesagt hat, so dieses, wir sind halt in diesem, wir retten uns bis zum Wintermodus, deswegen ignorieren wir gewisse Dinge, nichtsdestotrotz dürfen wir sie nicht vergessen, also du kannst ignorieren, aber nicht vergessen bitte. Und das wird dann wichtig sein, genau, also Dennis ist ja eine Zusammenführung von beiden Positionen, das ist ja gar nicht so gegensätzlich, weil es geht ja im Endeffekt darum, wirklich diesen Kick jetzt bis zum Winter vielleicht voranzutreiben, sagt ja auch Glasner selbst, der ja auch selbst wohlwissentlich sich klar ist, dass er nicht seinen originären Fußball gerade in Perfektion spielen lassen kann und dementsprechend aber im Winter dann wirklich an Stellschrauben neu ansetzen, wirklich einen Spieler holen, darf niemand vergessen, es tut mir leid, lieber Eintracht, ihr seid trotzdem in der Situation, jemanden holen zu müssen, auch wenn es gerade wieder in Okay aussieht, wir haben ja tatsächlich auch einen anderen, Ja, ich sag's trotzdem noch, einen anderen Anspruch oder formulieren den ja auch, dass man, hat die Eintracht ja selber formuliert, sie wollte ja am Anfang der Saison auch wieder um obere Plätze mitspielen, das kann man aktuell so nicht sagen, dafür fehlen einfach zumindest auf zwei Positionen wirklich adäquat qualitativ hochwertige Spieler, das muss angegangen werden und dann mit dieser Zeit, vielleicht mit der Möglichkeit dann auch, vielleicht kann man auch mal ein kleines Trainingslager machen, ein paar Wochen dann auch wieder gemeinsam trainieren und dann wirklich neue Spielzüge einüben, wenn alle fit sind und dann wirklich zum Glas im Fußball dann übergehen, der dann vielleicht mehr Früchte trägt und dann ist es auch nicht schlimm, dass ein Lindström, Dennis, du hast vollkommen richtig gesagt, halt dann auch mal ausfällt, dass der in ein Loch fällt, dass der halt das vielleicht nicht hundertprozentig bestätigen kann, dass dann vielleicht aber auch ein Heuge reinrutscht und dementsprechend für ein paar Spiele mal performt, was ist dann aber auch mit Rustic, wie kommen vielleicht Lammers dann nochmal rein, ja, es sind ja einige Spieler, die irgendwie in der Warteposition sind und gleichzeitig muss man auch im Winter überlegen, ob man sich von dem einen oder anderen zumindest leihweise nochmal trennt, weil wir optimalerweise nicht gerade, was nicht optimalerweise, wir sehen gerade aktuell nicht, dass einige wirklich dazu passen in dieses System. Ja, wird durchaus spannend, ich habe auch gerade eben ähnlich wie Basti vermutlich kurz ein bisschen gezuckt bei Dennis' Ausführungen, weil ich auch so ein bisschen die Befürchtung hatte, dass wir gerade so ein bisschen in diesen Punkt reinlaufen, Argumente zu sammeln, warum wir doch keinen Stürmer brauchen. Nein, 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 da bin ich weit weg von. Ich will das auch nicht. Ich will aber natürlich, dass ich momentan den besten Fußball auf den Platz stelle mit dem Personal, was ich habe. Und da muss ich sagen, Klaasnert, die Aussagen wirken relativ souverän, zumindest wenn ich das so als Laie beurteilen darf. Wo ich sage, der Trainer hat erkannt, er hat keinen Stoßstürmer vorne, er hat niemanden, der ein Abnehmer ist, er hat auch keinen eiskalten Verwerter. Was mache ich? Ich versuche nah ans Tor zu kommen, damit da vorne die Dödel im Endeffekt, egal ob sie dann Kamada mit dem Kinderschuss oder dann auch irgendein anderer, der eben einfach ein bisschen näher ans Tor, ein bisschen in gefährliche Situationen zu kommen. Und wenn da das Mittel ist, mit hohen Bällen komme ich nicht so weit. Bitte versucht es mit flachen, mit etwas steileren Pässen und so weiter oder geht in diese Zweikämpfe. Und er scheint ja zufrieden gewesen zu sein. Wenn man die Aussagen so nimmt und ich mir das Spiel von Lindström anschaue, kann das eigentlich nur die Aussage gewesen sein, das will ich jetzt sehen, bis ich dann eine Möglichkeit habe, vorne auch einen anderen Fußball spielen zu lassen. Ich denke nicht, dass auch ein Glasner hier jetzt sagt, das ist jetzt hier der letzte Blick, denn das kannst du auch ganz leicht wieder verteidigen. Wir kennen es alle. Basti, du sagst immer die schöne Football-Floskel. Du musst auch mal einen Ball werfen und nicht nur immer laufen. Hier ist genau dasselbe. Wenn ich immer nur versuche, über die Mitte zu gehen und kurze Bälle oder lange Bälle oder Steilpässe zu spielen, dann wird da zugestellt. Dann zwingen die mich so oder so wieder über die Außen zu spielen. Dann hat aber vielleicht auch ein Kostic wieder mehr Platz. Dann kommen vielleicht auch wieder Bälle. Also es ist, glaube ich, beides gut. Und wenn wir da noch einen guten Stürmer von drin haben, dann, Marvin, da bin ich voll bei dir, dann kann das hier tatsächlich nochmal eine ordentliche Punkteausbeute werden, nach der es ja zwischenzeitlich gar nicht aussah. Das Spiel ist damit, glaube ich, mehr als genug besprochen. Die Eintracht gewinnt nach einem erarbeiteten Sieg 2 zu 0 und holt damit wichtige Punkte in der vor sich hin tröpfelten Bundesliga-Saison und ist jetzt, glaube ich, durchaus motiviert, sich auf die kommenden Spiele zu gucken. Wollen wir uns jetzt auf das Antwerpenspiel hinzubewegen oder möchte dir unbedingt noch über den Friedensnobelpreis für Vincenzo Grifo sprechen? Ich nicht. Das hatte ich erwartet von dir, Basti. Freiwillige vor? Nein? Gut. Dann hakeln wir das Thema hier ab. Es ist von allen alles Mögliche dazu gesagt worden. Wir müssen dazu nichts mehr beitragen und gucken nach vorne. Donnerstagabend, 21 Uhr, kann die Eintracht in der Europa League den Gruppensieg fix machen mit einem Sieg gegen Antwerpen? Weiter sind sie ja sowieso schon, könnten damit aber das 16. Finale ist es, glaube ich. Also diese Playoff-Runde, die dazwischen stattfindet, überspringen und direkt im Achtelfinale wäre es ja dann demnach einsteigen. Was durchaus wichtig wäre und Basti hat es aber gerade eben schon angedeutet, Anwerpen ist jetzt auch keine absolute Gurkenmannschaft und es ist nicht zwingend vorhergesagt, dass wir da gewinnen. Mit welchem Gefühl geht ihr denn oder mit welcher Vorfreude oder auch nicht Vorfreude geht ihr denn in dieses Donnerstagspiel? Patricia, du darfst wieder anfangen. Also ich habe Bock, erstens. Einfach, weil ich das jetzt auch so ein bisschen mitnehmen will. Man hat jetzt gewonnen gegen Freiburg, man hat sich in der Euroleague eine gute Position erarbeitet. Da waren auch, wir haben ja die Spiele alle gesehen, es waren nicht alle Spiele top. Manche, ich, ja, wir haben es alle gesehen. Aber, ja, ich finde die Ausgangslage ganz gut. Ich finde jetzt auch, die Vorzeichen stehen gut. Man hat jetzt Selbstvertrauen getankt. Klar, ich erwarte jetzt nicht das große Feuerwerk und ich werde mich jetzt sicherlich nicht auf dem Freiburg-Sieg ausruhen und sagen, ja, jetzt ist alles gut, das läuft jetzt top spielerisch. Aber man hat da eine große Chance. Man hat es hier in der Euroleague auch gut präsentiert bisher. Zumindest hat man die Punkte eingefahren, die man einfahren muss. Und, ja, das ist jetzt einfach eine weitere Chance. Ich meine, das große Ziel, dass das Weiterkommen in die nächste Runde, in die K.O.-Phase, ist erreicht. Und das ist jetzt nochmal so ein On-Top-Ding, was du dir holen kannst, was auch auf die Bundesliga sich vielleicht positiv auswirkt, also auf die Mannschaft auf jeden Fall. Und von daher gehe ich da relativ entspannt rein, aber auch so ein bisschen mit Vorfreude, weil es könnte schon auch ziemlich geil sein, wenn man sich da jetzt belohnt und da vielleicht sogar noch ein gutes Spiel abliefert. Und klar hat man dann am Sonntag schon wieder ein Bundesligaspiel, aber das kann dir ja auch so ein bisschen, ja, Kraft und Drive geben einfach für die nächsten Spiele. Und deswegen habe ich da eigentlich, ja, Lust drauf. Wie sehen es die anderen? Ja, ich auch. Also, freue mich drauf. Also, ich finde, Antwerpen, die ja zuletzt ein bisschen, ja, ich will nicht sagen ins Schlingern gekommen sind, aber nicht mehr alles weggeräumt haben in der Belgischen Liga, jetzt zuletzt auch wieder verloren. Trotzdem eine gute Mannschaft. Ich bin mal gespannt, ehrlich gesagt, wie die Fans nach Frankfurt kommen. Da gab es ja so die ein oder andere Unstimmigkeit beim Hinspiel, ja. Also, mal gucken, wie das läuft. Im Endeffekt haben wir die große Chance, dementsprechend eine Zwischenrunde zu überspringen mit einem Sieg. Ich glaube, das sollte eine große Motivation sein, denn du überwinterst, du bekommst ein bisschen mehr Geld als Tabellenführer und du hast gleichzeitig die Möglichkeit, dich dementsprechend ein wenig, mit einem Spiel weniger, beziehungsweise zwei Spielen weniger, ein bisschen in eine relaxtere Situation zu bringen und vielleicht andere Sachen einzuüben. Also, insofern sollte Motivation genug sein. Klar ist aber auch, auch wenn ich frühzeitig vielleicht auch merke, okay, das wird jetzt nichts mehr, ich liege nach 70 Minuten irgendwie mit 3-0 zurück oder so, dann kann man vielleicht den einen oder anderen noch auswechseln und schon für Sonntag. Aber ich bin optimistisch und habe Bock, dass wir auch gegen Roya und Antwerpen einen Sieg einfahren. Ja, Antwerpen aktuell ja in Gruppe D, also in unserer Gruppe Letzter, hat noch so eine Mini-Chance, wenn sie jetzt beide Spiele gewinnen, noch irgendwie auf Platz 3 vorzurutschen und könnten damit ja dann sich noch ein Ticket für die Europa-Konferenz-League sichern. Das heißt, so eine gewisse Motivation ist da vielleicht auch noch vorhanden. Du hattest gerade eben das Thema Geld angesprochen. Der liebe Leon war so freundlich und hatte mal rausgesucht, was es da an Prämien auch gibt. Also es gibt grundlegend ein Startgeld von 3,6 Millionen. Pro Sieg gibt es eine Prämie von 630.000, für ein Unentschieden 210.000 und dann gibt es ja nochmal Prämien für die Platzierung und die Prämie für Platz 1 wäre 1,1 Millionen und für Platz 2 550.000. Also zusammengerechnet, wenn du jetzt, der Unterschied zwischen Platz 1 und Platz 2 am Ende in den Prämien ist so eine knappe Million, wenn du davon ausgehst, ist, dass du halt ein Spiel jetzt nicht gewinnst. Also das ist halt schon Geld durchaus, was man dann da hat. Plus eben den Faktor, du bist erst später wieder in der Euroleague dran. Das heißt, du kannst dich den kompletten Januar ja wieder auf die Liga konzentrieren und wärst halt irgendwann im Februar erst wieder dran. Was ich auch im Rahmen der aktuellen Gegebenheiten in der Liga, glaube ich, ganz gut finden würde. Du hattest das Fan-Thema gerade eben schon angesprochen, Marvin. Erwartet ihr da irgendwas Spezielles oder deutet sich da schon irgendwas an? Ich hatte jetzt noch nichts gelesen, aber vielleicht habt ihr ja noch irgendwas mitgekommen mit Blick auf Donnerstag? Ich warte auf den Rollator-Typ, Alter. Willst du ihm den zurückgeben? Aber ihr habt da jetzt auch noch nichts Spezielles irgendwie mitbekommen? Nee, es ist wahrscheinlich wie überall. Unsicherheit. Du hast auch, ich glaube, ich habe vorhin eine App gesehen, es gibt echt noch viele Karten zu kaufen. Okay. Das ist richtig krass. Das ist richtig krass, ne? Diese allgemeine Verunsicherung und dieses Rumdrucksen, was Marvin vorhin schon mal erwähnt hatte, führt halt genau zu dieser Unsicherheit, dass man selber nicht genau weiß. Marvin, wir beide hatten ja auch schon mal gesprochen, ob wir überhaupt gehen wollen und wie und was. Und findet es statt, lohnt sich, eine Karte zu kaufen, weil man es am Ende rückabwickeln muss, bla bla bla. It's that time of the year again. Also, das rückt schon so ein bisschen auf die Stimmung allgemein bei diesen Dingen, weil, ich sage mal so, ich habe ja sowieso schon hier immer probiert zu erklären und ich bin halt auch immer noch nicht komplett drin in der Saison. Klar, es ist eine geile Ablenkung von diesem massiven Abfuck, den man im Alltag momentan hat, aber es ist kein Vergleich zur Normalität. Es schwingt bei mir immer so ein bisschen mit. Ich hatte mich ja dann auch so ein bisschen den Zuschauern angelegt teilweise da, weil ich enttäuscht war, dass die Stimmung gegen Piraeus nicht so geil war. Und das kommt jetzt halt noch on top. Das heißt, wenn ich sage, ich war irgendwie, keine Ahnung, war bereit, mich darauf einzulassen, aber es waren trotzdem irgendwie nur 60 Prozent, von denen 60 Prozent geht halt noch mal mehr weg. Weißt du, also es ist jetzt nicht mal so, dass ich irgendwie 40.000 ausverkauftes Haus geile Stimmung erwarte, sondern eher so ein, vielleicht 32.000, man weiß nicht ganz genau, wie die Stimmung ist. Ja. Und wie sich das anfühlen wird und kann darüber gar nicht nachdenken, weil ich bin eher in so einem Modus der völligen Fassungslosigkeit, dass wir hier Ende November eine Sendung aufnehmen dieses Jahr und es sich so anfühlt, als wäre nichts passiert. Ja, kann ich voll und ganz nachvollziehen. Hättest du mir vor einem Jahr gesagt, dass immer noch keine aktive Fanszene in einem Jahr im Stadion ist, hätte ich gesagt, alles klar, René, du musst mich übers Handy anrufen, weil ich wahrscheinlich irgendwo auf den Malediven ausgewandert bin und da nur noch rumhängen. Alter, weil ich halte das kaum mehr aus, muss ich sagen. Alles. Ich halte es wirklich nicht mehr aus. Das macht mich wahnsinnig. Und wenn diese Dinge, die mich ablenken, jetzt auch wieder davon beeinflusst werden, wie Fußball 2000 am Ende wieder irgendwie remote da in diesem Google-Ding rumhängen, 93 Live-Batsch-Cup absagen, dies, das, was alles Mögliche, wenn diese Dinge auch noch wegfallen und da zähle ich halt auch die Eintracht dazu. Boah. Das werden wir nicht mehr machen, Basti, übrigens. Also ganz ehrlich, ich meine, wir machen alles, was irgendwie möglich ist und das verspreche ich jetzt hier bei Fußball 2000. Im Endeffekt treffen wir uns halt die ganze Zeit, im Massiv. Also ganz ehrlich, das macht auch keinen Sinn. Also irgendwann ist halt auch mal gut, dass die Leute, die wirklich versuchen, die Normalität ins Leben wieder reinzubekommen, dass die dann die Gelackmeierten sind, nur weil es richtig viele Globuli-Fresser gibt. Irgendwann ist halt auch mal gut. Also da habe ich dann auch kein, also das ist auch okay, ja. Die können so viel Globuli, Heilwasser, die können sich koloniales Silber in die Venen reinpressen, die können den Mond anbeten, das ist alles okay. Das ist halt Deutschland, dass man lebt dann und andere Leute machen halt sowas. Kein Problem. Aber das sehe ich da nicht mehr ein, dass wir dann wieder über Google Meet uns die ganze Zeit treffen. Irgendwann ist auch gut. Das Mindset habe ich ja auch, aber ich bin trotzdem so weit, dass so viele absurde Dinge passiert sind, dass ich mir das auch noch vorstellen kann. Weißt du, das ist ja das Ding. Ich kann es auch mir. Ja, es passiert ja auch. Es läuft ja genau darauf hinaus. Es läuft ja genau darauf hinaus. Sorry, das wäre jetzt ein bisschen abgleitet, aber was ich muss leider sagen, es läuft genau darauf hinaus. Ja, das bereitet mir körperliche Schmerzen in jeder einzelnen Faser, das aushalten zu müssen, weil du ja dann, wie du es gerade gesagt hast, bei den Landes, die dafür verantwortlich sind und es ist ja nicht so, als wäre das jetzt nicht schon seit zwei Jahren, Alter. Also, ich weiß nicht, ich kann das nicht so ranlassen, aber René wollte ja wissen, ob ich mich auf Donnerstag freut, dass ich wieder aufgeräumt habe. Wir sind abgeschnitten. Ja, ich glaube, es ist sehr deutlich geworden, du bist noch unentschlossen. Sagen wir es. Haken dran. Haken dran. Haken dran. Haken dran. Haken dran, Alter. Aber was ihr sagt, nochmal ganz kurz, ist ja schon krass, es sind wirklich extrem viele Plätze frei. Ich habe eben gerade nochmal geguckt, in der App, also da sind wirklich eigentlich, keine Ahnung, bislang sieht es aus, als wären irgendwie 35 oder 40 Prozent erst verkauft. Ja, was gilt denn im Moment, Marvin? Was gilt denn im Moment, wenn ich eine Karte, ist es noch ganz normal 3G plus oder 3G oder was? Ich habe keine Ahnung, was momentan überhaupt der Stand ist. Möchte ich tatsächlich sagen, was muss man denn erfüllt haben, damit man momentan ins Stadion darf? Ja, 3G plus, soweit ich weiß, und das ist genau der Punkt, ich glaube, da wurde Bouffier letzte Woche auch angesprochen, da gilt 3G plus, es gibt die Möglichkeit für alle, die jetzt hier zuhören und vielleicht auch nicht können, oder Kinder, die noch nicht geimpft sind und die Möglichkeit haben oder wollen, sich zu testen. Du kannst einen PCR-Test machen für 19 Euro, da hat die Eintracht einen Deal abgeschlossen mit, glaube ich, irgendeiner Firma in Bad Homburg, also ein richtig guter Preis für den PCR-Test und dann dementsprechend kommst du auch mit dieser 3G, 3G plus Regelung dann dementsprechend oder auch dann rein, genau, 19 Euro ist ein super Preis für den PCR-Test, also für alle, die diesen Weg gehen, ist das eine sichere und gute Möglichkeit. Genau, und um jetzt das Thema dann nochmal in die Richtung zu treiben, was Basti ja vorhin gesagt hat, wir hatten auch lange darüber gesprochen, wir haben überlegt, gehen wir, gehen wir nicht, ich mache es jetzt so zum allerersten Mal seitdem ich nicht mehr in Gelnhausen wohne, fahre ich mit dem Auto hin, also es gibt immer mal neue Mittel und Wege, aber ich wollte mir nochmal ein Spiel der Eintracht anbucken, bevor es vielleicht nicht mehr möglich ist. Also unter normalen Bedingungen hättest du wahrscheinlich immer Probleme mit dem Parken, wenn jetzt weniger da sind, wobei dann funktioniert auch nicht, weil die wenigen, die da sind, kommen dann wahrscheinlich auch alle relativ viel mit dem Auto, also parken am Stadion immer schwierig, aber ja, man nimmt ja auch einiges so in Kauf mit dem Thema. Gut, haben wir zumindest die Frage jetzt beantwortet und sind auf der einen Seite, glaube ich, spielerisch durchaus freuen wir uns auf das Spiel, was die Rand- und Rahmenbedingungen angeht, eher so mäßig. Ich habe jetzt richtig schlechte Laune übrigens, wegen der ganzen Diskussion, das hat jetzt richtig runtergezogen nochmal. Ich muss da gleich nochmal sagen, was ist gerade mal kurz ums Eck, dass er das dann auch nochmal mitkriegt. Der Alex hat gerade eben noch korrigiert, ich hatte gesagt, die Achtelfinalrunde wäre dann erst im Februar, das ist natürlich falsch, die Achtelfinalrunde ist sogar erst im März, also von daher noch ein bisschen weiter hinten und vielleicht können im März ja dann wieder mehr Leute ins Stadion, um dieses Thema nochmal kurz anzureißen. Aber es gibt uns doch eine ganz gute Überleitung, wenn wir nämlich darüber reden, wie relevant das ist, das heißt, du hast auf der einen Seite finanziell mehr Möglichkeiten, du musst erst im März wieder starten, das heißt, du kannst dich also dementsprechend bis dahin nur auf die Bundesliga konzentrieren, du kannst da Vollgas geben, das ist doch eine sehr, sehr große Motivation, wirklich zu sagen, wir holen da gegen Antwerpen nochmal drei Punkte, vielleicht wird trotzdem der ein oder andere Spieler vielleicht nochmal ausgewechselt, vielleicht gibt es nochmal eine Möglichkeit, jemand anderen reinzubringen, aber das wäre insgesamt eine richtig gute Angelegenheit und das sollte eine Motivation auch für die Spieler sein, denn geil ist es, da wieder frisch in diesen Wettbewerb reinzukommen, mit einem richtig positiven Ereignis und ja, bei aller Frustration, die wir aktuell haben bezüglich diverser Dinge, es ist doch auch eine geile Angelegenheit, wenn wir mit einem Statement rausgehen aus der Euroleague- Phase und sagen, Alter, wir sind Tabellenerster. Ja, und vor allem, du bist halt auch im Achtelfinale und du fliegst nicht in dieser komischen Zwischenrunde gegen irgendeinen, der irgendwie in der Champions League gerade mal irgendwie zwei schlechte Spiele hatte, dann irgendwie dämen mich da raus, sondern du bist halt dann wirklich im Achtelfinal. Also allein, das finde ich auf dem Papier schon was ganz anderes, als zu sagen, von wegen, ja, wir sind in so einer Playoff-Runde. Ja, das ist ein bisschen eine Investition in die Zukunft, weil wir haben ja diesen Frust gerade beschrieben, aber der, vielleicht ist der ja auch irgendwann weg und dann hast du quasi in dieser Frustrationsphase hervorgearbeitet und sagst, Alter, wir haben im April irgendwann, weiß ich nicht, ein Viertelfinale und können irgendwie ins Halbfinale kommen. Ja, Viertelfinale vielleicht auch wieder mit aktiver Fanszene hinfahren, also das könnte theoretischer sein. Ja. Ich glaube da fest dran, ich glaube da fest dran, ich glaube da fest dran, das ist jetzt so ein bisschen eh alles komisch. Ich auch. Ja, aber man muss auch wieder positiv sein, ne, ich versuche das ja nicht, wenn ich nicht sehen will. Nächste Woche vielleicht. Ich hab hier so ein Bild von deinem Geist hier in meinem Zimmer, damit ich mich nicht suizidiere. Ja, aber wie gesagt, im März, im März hier, da ist das auch mit dem Ellbogen wieder in Ordnung, da werden wir wieder durch, was weiß ich, vielleicht gibt's irgendwie eine Glasgow-Marodieren oder irgend sowas. Das wäre doch eine Aussage. Wunderschön. Ich hab jetzt gerade irgendwie so von meinem inneren Auge das Bild, wie sich Marvin dann im März die Schlinge vom Arm reißt und dann in so einer The Rock-Manier dann da links-rechts läuft und dann hier People's Elbow und so. Ich mach auf jeden Fall die ganze Zeit ne Fake-Schlinge, damit ich irgendwie kostenlos Bier ausgegeben bekomme. Auch schön. Auch schön. Auch ne schöne Wache. Ich will auf jeden Fall dieses Robocop-Ding dann haben, Alter. Robocop-Ding? Geil muss sein, ey. Marvin hat so eine Orteza, Alter. Die sieht aus, als wenn er irgendwie ein Hybrid, Alter. Sehr schön. Macht 3.0 mittlerweile. Oh, ja. Nächste Woche kommt dann Version 3.1. Lass uns mal auf die Aufstellung gucken. Wie würdet ihr denn jetzt mit dem Spiel gegen Freiburg im Hinterkopf und vielleicht der Variante einer möglichen teilweise Rotation oder auch nicht gegen Antwerpen aufstellen wollen? Wer möchte anfangen? Ich würde sagen, wir machen das immer wie wir es die letzten Wochen gemacht haben. Wir gehen in Position und dann gucken wir mal, wie viele Leute sind wir heute? Fünf. Ja. Ist doch super. Für Demokratie ist fünf eine wunderbare Zahl. Das ist korrekt. Ein Tor-Trap, glaube ich, fünf zu null. Ja. Fünfer-Kette ist klar, oder? Ja. Momentan würde ich sagen, ja. Wahrscheinlich, ja. Also ich würde, jetzt wird es ja schon interessant, was machen wir mit Hindi? Ich würde Hindi nochmal draußen lassen, ehrlich gesagt. Ja, ich auch. Die Frage ist ja auch, wie fit er ist. Nee, egal wie fit er ist, dass er für Sonntag fit ist. Ah, dass er für Sonntag fit ist. Weil ich glaube, Sonntag... Und Hasebe hat das wirklich ordentlich gemacht, oder? Ja. Sonntag wird ein ekelhaftes Spiel, glaube ich. Ja, würde ich auch denken. Ja, also wenn Hasebe das körperlich hinbekommt, wovon ich jetzt erstmal ausgehen, René, Alter. Ja gut, dass jemand fitter ist als ich, das ist jetzt nicht schwierig. Nee, der ist fitter als alle. Ja. Also, ich wäre dabei zu sagen, Hasebe wieder in der Mitte, da auch mit einiger Erfahrung safe. Gegenstimmen? Ja. Nee, ich sehe es genauso. Auf jeden Fall. Und Hinteregger auch ein bisschen wütend lassen. Vielleicht regt ihn das auch ein bisschen auf. Vielleicht macht er ihn das sauer. Oder dass er dann gegen Union halt mit einer Körperlichkeit, anderen Körperlichkeit auch angehen kann. Weil ich glaube, was sie auch schon erwähnt hat, ich glaube, wir brauchen ihn gegen Berlin. Aber auch mit einer Wut am Bauch. Also, jetzt zeige ich es euch. Aber nicht zu wütend. Wir hatten gefühlt am Sonntag schon zu viele unnötige gelbe Karten. Also, zu viel Wut dann auch nicht. Kontrollierte Wut, bitte. Doch, ich heiße auf kontrolliert, Alter. Soll Max Kruse seine Pokerkarten in den Ahr stecken, Alter. So. Also, Hasebe. Linke Seite, ein dicker. Rechte Seite, tut da. Tut da. Jo. So. Kostic. Kostic auch. Very obvious. Jetzt bin ich gespannt. So, und jetzt? Rechte Seite. Lass uns Ausschlussverfahren machen. Ja, aber dann spielt gar keiner auf rechts. Also, man muss jetzt schon sagen, dass Chandler es okay gemacht hat. ich meine, es gibt jetzt aktiv, ja, bei allem gibt es ja keinen Grund. Also, ich meine, Touré war auch nicht besser, als er reingekommen ist. Nein. Also, es gibt für mich keinen Grund, auch wenn ich diese Position grundsätzlich kritisiere. Aber Chandler ist da wahrscheinlich von allen, der solid ist. Oder Eric Durm halt. Ich bin für Eric Durm. Ich wollte gerade fragen, was ist es mit Durm? Weil, also Chandler, okay, Touré, ich war immer ein Touré-Verfechter. Mittlerweile muss ich wahrscheinlich mich auch von der Idee verabschieden, Touré aufzustellen, weil das doch nicht so gut geklappt hat, wie ich es immer erhofft habe. In dem Zustand bin ich auch. Touré muss jetzt erstmal liefern, so bis ich wieder über ihn nachdenke. Ja, und deswegen, also, Durm hat das ja auch immer sehr solide gemacht. Von daher, ich finde jetzt, Durm ist, glaube ich, auch ein Upgrade zu Chandler, wenn ich ehrlich bin. Also, ich glaube, Durm bringt, ja, nochmal ein bisschen mehr Leistung als Chandler insgesamt. Deswegen, es ist, wie gesagt, rechts haben wir ja immer noch nicht so die komplett zufriedenstellende Lösung. Deswegen, ja. Ja, im Ausschussverfahren wäre ich auch bei Durm. Okay, naja, drei zu eins. Dennis, was ist das? Ja, ich hätte tatsächlich für Chandler plädiert, einfach um dieses System, was wir jetzt letztes Mal gespielt haben. Nein, also, es ist einfach so, warum sollte ich die Position jetzt nochmal, Chandler wurde ja nicht ausgewechselt, weil er total beschissen gespielt hat. Also gehe ich mal von aus, oder? Also, es war, es war solide, es war jetzt nichts Tolles, aber prinzipiell war das jetzt in meinen Augen zumindest kein Totalausfall auf rechts, was wir teilweise schon anders erlebt haben. Das ist korrekt. als er kam, war wirklich auch eher, wo ich sage, ui, da hätte ich lieber mit Chandler weitergespielt. Ja. Also, mit Durm und Chandler, klar, da kann man wahrscheinlich nichts falsch machen, weil beide jetzt nicht wahrscheinlich über sich hinaus wachsen werden. Aber ich hätte jetzt gesagt, gegen Freiburg hat es mit Chandler gut geklappt, dann gebe ich dem nochmal eine Chance und ich habe ja immer noch die Möglichkeit, dann auch einen Durm von der Bank zu bringen. Aber ich gehe auch mit Durm mit. Also, es ist wahrscheinlich gehoppt wie gedoppt und egal. Also, ich bleibe bei meiner Stimme, für Chandler, ich bin der Einzige, der hier die Timmy-Karte hochhält. Aber gut, ich beuge mich der Mehrheit. Weil du ein großer Demokrat bist. Sehr gut. Ich bin ein großer Demokrat und solange der Huren-Banat nicht bei uns spielt, ist alles gut. Schade eigentlich, Huren-Banat würde ich auf rechts safe stellen. Ja, ich auch. Kannst halt echt überall. Ja, genau, weiter geht's. Lindström. Ja, So, Jakic, Mama, kein Frage. Haken dran, oder? Ja, ja, alles prima. So, dann Lindström, Kamada, Hauge, Boré, wer spielt da in dieser Halbrauben-Position? Für mich spielen Hauge und Boré im Sturm und Lindström dahinter. Das heißt, du lässt Kamada draußen? Nein, Quatsch, was labere ich hier? Ich habe vergessen, für mich spielt Lammers natürlich ganz vorne. Ja, genau. Lammers vorne und dahinter? Ich würde Boré mal eine Pause geben, damit er auch für Union fit ist. Lindström, Hauge, hinter Lammers. Hinter Lammers. Das heißt, du lässt Boré und Kamada draußen? Also ich sage, Ernsthaft, ja? Leicht aggressive Stimme von Dennis? Obwohl, nee, Quatsch, das ist Lammers. Kamada, Europapokal, das muss ich korrigieren. Ich wollte gerade sagen, ich hätte auch Euroleague Kamada. Euroleague Kamada. Ich hätte mich jetzt schon auf die Kommentare auf YouTube gefreut. Also Kamada, Lindström und Lammers. Damit würde ich gehen. Boré wirklich mal draußen lassen, ist in Ordnung, wenn man sagt, man gibt ihm ein bisschen für Schnaufpause, die dann Sam Lammers vielleicht nutzen könnte. Und wenn es wirklich überhaupt gar nicht funktioniert, kannst du dann wenigstens Boré reinbringen, der dann mit ein bisschen Feuer unter dem Arsch da oben noch ein bisschen wirbeln kann. Dennis? Ich habe jetzt den Überblick verlassen. Wo sind wir jetzt? Ja, also ich muss sagen, Lammers hat mir halt in keiner, im Spiel bisher gefallen. Also doch, das Erste, glaube ich, hat er wirklich ganz schöne Spielansätze gebracht. Ich wäre tatsächlich dann dafür, ihn auch draußen zu lassen und das System noch ein bisschen krasser zu machen, nicht mal Boré, sondern dann Heuge reinzustellen. Also mit diesen Dreier, Kamada, Lindström, Heuge, damit mal zu versuchen. Ich sehe es auch ein, dass Boré mal eine Pause braucht. Der Fall wird wahrscheinlich eh noch kommen, weil der überhaupt keine Pause bisher hatte, um mal durchzuschnaufen. Also dementsprechend sollten wir den jetzt wirklich nicht verheizen. Aber ich denke, also Lammers ist für mich leider gar keine Option. Aber gut, wie gesagt. Also Basti sagt Lammers, Lindström, Kamada. Lass uns doch lieber die Position einzeln machen, weil wir haben doch uns geeinigt, zwei Zehner, ne? Ja. Ja. Also Lindström ist jeder dabei, oder? Safe. Der erste Zehner, Kamada auch jeder. Safe. Ja. So, das heißt, wir haben Lindström und Kamada dahinter. Jetzt geht es ja eigentlich nur noch um vorne. Also dann fangen wir einfach an. Genau. Gut. Basti, du hattest gesagt Lammers. Dennis sagt Heuge. Patricia. Ja. Ja. Also folgt. Boree würde ich auch eine Pause gönnen, glaube ich. Okay. Mit Blick auf Union. Zumindest vorerst. Kann ja eingewechselt werden. Ich glaube, ich würde sogar auch mit Lammers gehen, zumindest versuchen. Man kann ja wechseln. Wobei ich eigentlich Heuge gerne mit Lindström zusammen sehe, weil ich glaube, das harmoniert ganz gut. Ich glaube, die verstehen sich auch so wahrscheinlich einfach aufgrund ihrer Herkunft ganz gut. Also ich glaube, die verstehen sich auch sprachlich gut. Ja. Und das hat ja auch im letzten Euroleague-Spiel schon sehr, sehr gut funktioniert. Aber da wir die Option mit Heuge im Sturm noch nie hatten, weiß ich nicht, ob es jetzt der richtige Moment ist, das einfach mal so auszuprobieren. Deswegen würde ich, glaube ich, sogar den gelernten Stürmer, gestandenen Stürmer Lammers reinstellen, in der Hoffnung, dass er vielleicht doch ein Tor macht oder ja, dass er irgendwie in Szene gesetzt werden kann. Und dann Boree bzw. Hauge als Wechseloption mir offen lassen. Also Lammers würde ich, glaube ich, nehmen. Okay. 2-1 für Lammers. Ich bin für Heuge. Tatsächlich. Ich wäre so komplett ohne Sturm mit den drei Offensiven. Das ist so das, was in meinem Kopf sich als am besten gerade irgendwie herauskristallisiert hat. Damit haben wir ein 2-2. Und der liebe Marvin ist das sprichwörtliche Zünglein an der Waage und kann für eine Entscheidung sorgen. Macht nichts Falsches. Trommelwirbel, ja. Ich gehe mit Lindström. Nicht Lindström. Lammers. Sehr gut. Sorry, gerade ich hatte das hier nebenbei Artikel gelesen. Ich gehe mit Lammers, muss ich sagen. Ich würde Lammers aufstellen. Ja, tut mir leid. Aber ich glaube, die Situation ist ein bisschen relaxter gerade. Es ist auch nicht immer die absolute Druckphase. Wir müssen überlegen. Also, der hat regelmäßig gespielt und die Alter nicht im Lauf war. Jetzt haben wir aus den letzten Wochen einigermaßen gute Punkte gesammelt. Es ist auch jetzt das vorletzte Euroleague-Spiel, wo man ja auch sagen muss, okay, man spielt sogar noch mal in ferner Batsche. Geht jetzt auch noch um drei Punkte. Man kann jetzt hier relaxed mit ein oder drei Punkten schon wirklich was reißen. Ich glaube, es ist eine richtige Zeit für ihn, um ihm wieder ein bisschen die Möglichkeit zu geben. Und wenn du dann immer noch merkst, in der zweiten Halbzeit oder zur ersten Halbzeit musst du ihn dann dementsprechend zur zweiten rausnehmen. Dann hast du etwas, mit dem du nachschießen kannst. Da würde ich übrigens dann auch auf Folge setzen. Finde ich eine gute Idee. Also, für mich Lammers mal in den Sturm und weiter testen, weiter ihm die Möglichkeit geben und ein bisschen auch das Vertrauen geben. Denn aktuell muss man ja leider auch sagen, ist jemand wie Ache, der ja im internationalen Wettbewerb nicht spielt, nicht spielen kann, ein bisschen vor ihm offenbar. Ja, damit ein knapper Sieg für Lammers im Sturm. Und dann haben wir damit die Aufstellung komplett. Hooray. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall. Ja. Dann dürft ihr jetzt noch Ergebnisse tippen und der Basti darf anfangen. Ich sage 1-0 für die Eintracht. Patricia. Ich sage 2-0 für die Eintracht. Marvin, sagst du 3-0 für die Eintracht? Nee, ich glaube, wir fangen mal wieder ins Gegentor. Ich sage 3-1. Okay. Alex ist heute nicht da. Dennis? Ich sage ein 2-1. Ich bin ein bisschen motiviert und vielleicht auch wieder im gnadenlosen Land der Selbstüberschätzung landet. Ich sage 3-0. Sehr schön. Und damit hätten wir dann... Ein Torre Lammers, ja? Nee, zwei Heuge, wenn er eingewechselt wird, natürlich. Sehr gut. Damit hätten wir dann auf jeden Fall, egal welcher von unseren Tipps zutrifft, dann Platz 1 in der Gruppenphase sicher und damit mehr Geld und würden direkt in Richtung Achtelfinale starten. Und dann müssen wir am Sonntag schon wieder ran gegen Union. Lasst uns zumindest mal kurz noch auf das Union-Spiel schauen und was ihr da erwartet. Ich bin so ein bisschen unentschlossen, weil ich Union echt schwer und eklig zu bespielen finde und auf der einen Seite mich zwar jetzt wieder so ein bisschen auf Bundesliga-Spiele mit der Eintracht mehr freue, aber auf der anderen Seite vor diesem Spiel auch sehr großen Respekt habe. Aber ich weiß nicht, wie geht es euch so mit Blick auf dieses Sonntags-Bundesliga-Spiel? Ich muss sagen, ich habe da noch keinen Blick, weil es ist immer schwierig, wenn da Spiele dazwischen sind, muss ich sagen. Es verändert sich natürlich der Blick. Du weißt ja jetzt noch gar nicht, was am Donnerstag für Ergebnisse zutage treten. Du weißt nicht, ob ein Spieler dann vielleicht ausfällt. Die Situation stand jetzt, wäre bei mir, dass ich natürlich weiß, dass wir mit der Union, die auch völlig zu Recht übrigens gegen die Hertha gewonnen haben, also das Berlin-Derby, die Berliner Stadtmeisterschaft für sich entschieden haben. Muss man auch klar sagen, das ist eine unfassbar krasse Mannschaft. Insofern, dass die halt wirklich, also Urs Fischer, ich ziehe einfach meinen Hut vor dem. Das ist schon krass, was der mit Leuten wie Rani Kadira, die ich nicht so richtig geil finde, haben natürlich auch viele gute, wie Friedrich beispielsweise, oder den Abonni, ganz ehrlich, der Abonni, der würde uns auch wirklich sehr, sehr gut spielen. Ja, Mann. Ein richtig geiler Kicker. Aber da haben die halt alles richtig gemacht, dass sie den verpflichtet haben. Und da muss ich halt echt sagen, das ist eine gute Mannschaft und die kannst du nur bespielen und die kannst du nur ärgern, wenn du so jemanden wie Max Kruse die ganze Zeit auf den Füßen stehst. Und die ganze, also Max Kruse auf das Duell Kruse hinter Ärger, hätte ich Bock, aber genau in diesen Infight musst du halt auch gehen. Ja, ja, verstehe. Was mir noch mehr Sorgen macht, ist, wie stabil die defensiv stehen. Also die haben ja so eine krasse Grundordnung. Ich glaube, das ist immer Fünferkette bei denen auch, 5-3-2 oder sowas. Das ist halt komplett dicht hinten und die musst du erst mal locken. Also du musst es erst mal schaffen, da selbst Wege zu finden, um gefährlich zu werden. Und ja, die Eintracht ist ja ja bisher, bis auf jetzt gegen Freiburg, da lief sie einigermaßen, aber ansonsten jetzt nicht dadurch aufgefallen, dass sie besonders ideenreich oder kreativ ist. Und das macht mir irgendwie mehr Sorgen, dass man da überhaupt selbst einen Weg findet, zur Geltung zu kommen und dann irgendwie auch selbst gefährlich zu werden, weil ansonsten hast du wieder überhaupt gar keine Entlastung nach hinten und dann wird es echt eklig. Und davor habe ich ein bisschen Angst. Aber mal sehen. Also wir kennen die Ausgangslage ja jetzt noch nicht genau. Deswegen mal schauen, wie es wird. Man muss aber auch sagen, das ist wirklich ein Spiel, wo sich auch entscheidet, in welche Richtung orientieren wir uns wieder. Wenn du hier natürlich gewinnst, dann bist du tatsächlich verrückterweise wieder an Platz sieben beziehungsweise an diesen Plätzen oben ganz nah herangerückt. Genauso kann es passieren, du verlierst, die anderen unter dir gewinnen, musst dich wieder nach unten orientieren. Das ist jetzt wirklich was. Wurde jetzt dritter Sieg in Folge oder mit natürlich dann noch dem Spiel hier, wenn du dann noch die Europa League dazu zählst, ist, glaube ich, dann schon der fünfte Sieg in Folge. Ja, also der. Und wir haben doch vorher auch gegen Perius noch gewonnen, oder? Vor dem letzten. Achso, wenn du die Euroleague-Dinger beide mitnimmst. Also wenn ich beide mitnehme. Also das ist natürlich, da kannst du eine Riesenserie draus machen. Da kannst du eine tolle Geschichte draus generieren. Und also ich muss wirklich sagen, ich hoffe, dass wir den Schritt machen und gegen Union tatsächlich auch im Idealfall dreifach punkten. Schwierig wird es, aber es kann uns natürlich hier eine richtig gute Ausgangslage dann noch für die letzten Spiele Richtung Winter bieten. Und dann natürlich mit einer tollen Ausgangssituation auch mit verstärktem Personal dann die Rückrunde erfolgreich zu bestreiten. Weil auch da kommt es ja darauf an, welchen Spieler bekommst du? Wie ist die Perspektive? Kann er im nächsten Jahr? Können wir irgendwie auch nur ansatzweise was anbieten, dass wir im nächsten Jahr vielleicht sogar europäisch wieder kicken? Das sind ja schon Argumente, die auch heute spielen, auch wenn viel Geld, 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 Geld. Trotzdem wollen die sich auch ins Schaufenster stellen. Also ich denke schon, dass wir hier gucken müssen, dass wir einfach das Bestmögliche noch rausholen. Und ich glaube, dass das schon dann eins der entscheidenden Spiele ist, weil Union tatsächlich mit Platz 5 ja auch, sechs Punkte Spiel ist es noch nicht, aber es ist auf jeden Fall was nach der Runde oder nach der Saison generell hätte ich gerne Union hinter uns. Mal schauen. Definitiv, definitiv, auf jeden Fall. Stimme ich der Folge umfänglich zu. Wie gesagt, es wird ein knackiges Spiel. Ich hoffe, dass die Eintracht dementsprechend die Ansätze findet. Und ich habe keine Ahnung, wie unsere Defensive, aber ich bin trotzdem optimistisch, Taivo Avonini wirklich da auch bespielen will. Wirklich krasser Kicker. Ich schaue dem so gerne zu. Aber vielleicht gibt es ja da eine Möglichkeit. Und da baue ich tatsächlich auf die Aggressivität und die auch Klasse von Indica. Ja, das wäre auch so. Ich glaube, damit können wir es dann jetzt erstmal mit dem Ausblick belassen, weil, wie Basti ja gesagt hat, das ist noch ein bisschen hin und da ist noch das Euroleague-Spiel dazwischen. Da weiß man jetzt auch nicht, wie dann da vielleicht Verletzungen, Belastungssteuerungen etc. unterwegs sind. Aber das werden wir dann in der Rückschau nächste Woche sehen. Und ihr könnt uns ja auch am Freitag dann bei den Kollegen von Spiegel Online in der Fan-Experten-Vorschau wieder lesen. Da werden wir uns zumindest schriftlich noch ein bisschen mit dem Spiel auseinandersetzen. So, jetzt können wir mal noch auf die Empfehlungsliste gucken. Da hat sich nämlich auch ein bisschen was... Stopp mal kurz. Ein Thema habe ich noch. Okay. Ja, du fragst doch sonst immer, welche Themen wir noch haben. Entschuldigung. Wollen wir jetzt in die Empfehlungsliste gehen, weil es gibt ja noch so ein paar andere Sachen, die irgendwie im Kreise der Eintracht so rumfleuchten. Wir haben ja letzte Woche keine Aufnahme gemacht. Ich fand es aber ganz interessant, dass wir jetzt mal Ben Manga ein bisschen gehört haben, der sich ein bisschen mehr geäußert hat zu allem, was irgendwie gerade um die Eintracht passiert. Und auch selbst bei Ben Manga ist es so, dass er für eine Einführung der U21 bei der Frankfurter Eintracht ist. Haltet ihr das für ein realistisches Szenario in der nächsten Zeit? Weil ich meine, das hat er ja selbst im Eintracht Frankfurt, dem Vereins-Podcast gesagt. Sagt er sehr persönlich, hat er gesagt, wenn es nach mir geht, ja. Aber grundsätzlich ist es ja eine Idee, mit der wir uns schon lange schwanger tragen. Und die Tatsache, dass, wenn es Corona nicht gegeben hätte, es wahrscheinlich schon so weit wäre, ist, glaube ich, auch in Stein gemeißelt. Wie seht ihr das? Patricia, hast du da eine Meinung zu? Ja, also ich habe die Folge jetzt noch nicht gehört. Deswegen so genau, seine ganzen Aussagen kenne ich jetzt nicht. Du hast ja die Grundaussage jetzt zusammengefasst. Klar, also wie realistisch es jetzt aktuell ist, kann ich schwer einschätzen. Aber dass das der richtige Weg ist und die richtige Idee, finde ich auch. Also vor allem, wenn man bedenkt, wie viele junge Spieler die Eintracht auch hat, auch dazu holt aus anderen Ligen, aus, ja, von anderen Mannschaften, die dann aber eben ein bisschen verloren sind im großen Hauptkader sozusagen. Eben weil sie können nicht zu Einsätzen kommen, eben weil sie vielleicht auch im Training dann nicht immer in den Hauptübungen dabei sind. Oder was, ich bin ja nicht beim Training dabei, aber es wird ja schon so sein, dass es dann immer den Kern der Spieler gibt, die auf jeden Fall gesetzt sind, dann den Kreis drumherum und dann halt eben die Reserve, Reserve, Reserve Spieler so. Und von daher für die Entwicklung dieser jungen Spieler, auf die die Eintracht ja setzt, wäre das schon nicht schlecht, wenn man da eine Mannschaft hat, wo man sagt, okay, dann kannst du die da zumindest zwischenparken, da können sie da Spielpraxis sammeln, weil das immer noch mal was anderes ist als eine U19, was ja dann schon noch mal ein großer Schritt ist zu einer Männermannschaft. Und von daher befürworte ich das auf jeden Fall, wie schnell das geht, kann ich aber aktuell jetzt gar nicht so einschätzen. Basti, hast du da ein Gefühl für? Ich glaube, die Eintracht wird das wieder machen. Die wird sich das da irgendwie zurecht wursteln, auf welche Weise auch immer. Ich bin weiterhin kein Fan von U23, weil mir da Aufwand und Ertrag, meiner Meinung nach stehen die in keinem Verhältnis. Weil was brauchst du? Du brauchst ja eigentlich fast eine Drittligamannschaft, damit das sinnvoll ist. Was soll da irgendeiner in den Regionalliga rumkicken? Und eine Drittligamannschaft kostet Geld dafür, dass du halt verletzte Spieler wieder da ranbringen kannst und dass du vielleicht diesen einen, ich glaube, Eric Durm ist sogar so ein U23-Beispiel, der es irgendwie so über diesen Umweg geschafft hat nochmal. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich würde den viel größeren Fokus darauf legen. Das ist schwierig. Ich habe ehrlich gesagt dazu noch keinen abschließenden Gedanken, weil ich jetzt auch Argumente für eine U23 finde, im Fall von Blanco zu sagen, okay, der kann sich da wenigstens irgendwo eine Herrschaft holen. An den habe ich auch gedacht. Genau der Punkt. Das ist ja auch einer der Anknüpfungspunkte, auf die es jetzt gerade abgewälzt wird. Aber dann musst du es richtig machen. Ich glaube, was ich sagen würde, wenn du es machst, mach es richtig. Und dann musst du, auch wenn ich da auch wieder eigentlich kein Fan davon bin, wenn es Zweitvertretungen in der Drittliga sind, aber dann musst du probieren, in die Drittliga zu kommen. Weil dann hast du wirklich einen ernstzunehmenden Wettbewerb, mit geilen Mannschaften auch, wo wirklich, glaube ich, eine Entwicklung möglich ist. Aber ich meine, wenn du irgendwie, keine Ahnung, wenn Blanco jetzt die ganze Zeit Drittliga spielen würde, wäre das, glaube ich, viel, viel beschleunigender, als wenn er da in der U19 rumhängt. Von daher ist es schwierig, muss ich sagen. Also da musst du einfach wirklich mal so eine Pro-Contra-Liste machen, im Sinne von Kosten und eventueller Nutzen. Also ich ziehe da wieder die Ambivalenzkarte, muss ich sagen. Ja, ich meine, ich finde es insofern genau, das ist ein interessanter Punkt, weil du hast natürlich, also Blanco wird immer genannt, als Spieler, der ja das Potenzial hat, aber selber gerade unzufrieden ist. Ich glaube, das ist gar kein Geheimnis mehr, dass Fabio Blanco durchaus eine gewisse Unzufriedenheit gerade mit sich trägt. Da hat er andere Angebote. Dementsprechend hat er sich trotzdem für die Eintracht entschieden, hat gedacht, dass das gut funktioniert. Jetzt liegt er nur ein bisschen auf, ja, steht auf der Ersatzbank, beziehungsweise ist jetzt nicht weit vorne, in den Spielern, die schnell in den Kader rücken können. Jetzt gibt es jetzt gerade erste positive Zeichen, dass er vielleicht in der Rückrunde öfter eingewechselt werden kann. Das ist alles gut und schön, aber die Situation ist ja trotzdem relativ unbefriedigend. Es gibt weitere Spieler, die bei uns relativ wenig Einsatzzeiten bekommen, für die es beispielsweise auch mal nicht schlecht wäre. Also ich meine, irgendwann wird ja hoffentlich, wenn Christopher Lenz noch mal in Frankfurt gesichtet wird, auch mal wieder zurückkommen, dass dann so potenziellen Spieler bei der U21, da wird es ja dann auch Ausnahmen geben, erst mal wieder die Möglichkeit findet, reinzukommen, gerade nach langen Verletzungen. Das ist ja immer so die Situation. Und du hast ja auch Leute wie, was weiß ich, Martin Pekar, die auch verletzt, aber potenziell auch Spieler, die dann irgendwie dort Möglichkeiten hätten. Und das geht ja halt jetzt komplett flöten. Und überleg mal, wie viele Spieler wir in den letzten Jahren halt auch verloren haben, die halt nicht sofort es geschafft haben in die erste Mannschaft und dementsprechend dann irgendwie erst ein paar Jahre mitgeschleppt wurden und dann irgendwie vertragslos waren. Das ist ja eine unbefriedigende Situation, ich glaube auch für viele. Und da muss man halt schon überlegen. Die Frage ist halt, wie weit oben kann ich ansetzen? Und ich glaube, das ist der springende Punkt. Wir alle wollen das oder denken, es könnte interessant sein. Aber der springende Punkt ist, welche, wenn wir ganz marktradikal sind, müssen wir sagen, welche Lizenz kann die Eintracht abkaufen von welchem Verein, um dann in einer höchstmöglichen Liga zu starten? Das ist die Frage, weil wir es nicht in der Kreisliga machen. Also ich sage mal so, ich glaube, Oberliga Hessen wird wahrscheinlich das Allermindeste sein, was für die Eintracht irgendwie in Frage käme, um dann eine realistische Perspektive auf die Regionalliga oder auf die dritte Liga zu haben. Ja, selbst dann musst du halt relativ schnell einfach aufsteigen, damit sich das am Ende dann lohnt. Ich bin bei dem Thema auch immer so ein bisschen hin- und hergerissen. Auf der einen Seite fände ich es eine gute Variante, eben ja diese Spieler, wo du sagst, okay, die haben so prinzipiell eine Möglichkeit, in den Kader zu rutschen oder denen halt einfach Spielpraxis in anderen Ligen fehlt, sich so ein bisschen dran zu gewöhnen. Und dass du halt dann auch relativ schnell auf die zugreifen kannst, weil sie halt eben nicht an den Verein nach, weil sie nicht Belgien, Niederlande oder sonst wohin ausgeliehen sind. Auf der anderen Seite, ganz ehrlich, habe ich auch nach wie vor immer noch so das Gefühl, dass die Eintracht so dieses ganze Thema Jugendspieler-Jugendspieler-Entwicklung sehr stiefmütterlich behandelt. Und solange du das Thema nicht auf Vordermann bringst, brauchst du auch nicht über eine U23 nachzudenken. Ja gut, aber du musst halt dann, wenn du schon beides machen, wenn du da ein ganz anheitliches Konzept haben willst. Ja klar. Kannst du halt nicht sagen, nur weil du das eine nicht hast und das andere dann vielleicht irgendwann brauchst und dann hast du das andere und dann hast du das andere doch nicht, weil du es nicht rechtzeitig gemacht hast. Ja, aber ich glaube, dass die Eintracht da letztendlich mal, ich glaube, das ist das Wichtigste, endlich mal einen langfristigen Plan entwickelt, weil machen wir uns nichts vor, das funktioniert momentan nicht. Sowohl mit eigenen Talenten nicht und scheinbar auch nicht mit zugekauften. Nein. Irgendwie hakt es da. Von Andi Möller hörst du praktisch gar nichts. Und so wirklich, wie die Strategie da ist, wissen wir auch nicht. Es gibt viele Wechsel da. Pizzayuli war da, dann war er wieder nicht, dann war Möller da, da gab es diesen Stress. Jetzt ist Bobic weg, jetzt haben wir Neuverantwortliche, die dann auch wieder neue Gedanken haben. Ben Manga engagiert sich ja da scheinbar, zumindest hat er zu dem Thema eine Meinung und wird da wahrscheinlich auch seinen Senf dazu abgeben. Aber so ein wirkliches Eintracht Frankfurt, so läuft es bei denen in der Jugend, Konzept sehe ich nicht. Vielleicht, wenn das jemand weiß, soll er mich sagen, aber irgendwie ist das halt so ein Ding, dass darüber reden wir hier alle drei Monate gefühlt, irgendwann ein bisschen, weil gerade solche schlechten Phasen auch immer wieder dafür sorgen. Ich weiß nicht, Marvin, erinnerst du dich, als wir uns irgendwie was anhören mussten, als wir nicht verstanden haben, dass die Leute sich aufgeregt haben, so das J-Team gewechselt ist. Ja, genau. Das sind ja immer wieder diese beliebten Diskussionen, wie kann man den gehen lassen? Ja, ist irraditionale Hoffnung auf Jugendspieler, so wie früher, wenn man Bundesliga-Manager gezockt hat, oh geil, der ist 19, mach den rein. Da muss man halt aufpassen. Ich glaube, das Wichtigste wird sein, dass wir da, ja, ich glaube auch, dass es wichtig ist, für Jugendspieler zu sehen, ach guck mal, bei der Eintracht klappt das. So. Ja, aber dann ist es halt dieses Gesamtkonzept und da bin ich komplett bei dir, das sehe ich halt gerade absolut auch nicht. Schwierig. Sehr schade. Herr Marvin, haben Sie noch weitere Themen auf Ihrer Liste? Nee, habe ich nicht. Das ist so ein bisschen das Thema, was mich jetzt gerade auch so umtreibt, weil genau, ich meine, Chetian ist ja ein perfekter Name, ich meine, der hat dann in seiner ersten Saison tatsächlich auch 17 Spiele gemacht und ist dann auch, jetzt halt, jetzt läuft es halt nicht mehr und jetzt irgendwie kommt er ein bisschen schwerer rein und es gibt halt viele Spiele, von denen du denkst, ja, da würde mehr gehen, aber wenn wir dann wenigstens in der dritten Liga eine Vertretung hätten, könnte man das tatsächlich auch angehen, man könnte es zeigen und da würde die Möglichkeit bestehen, kann ich diesen Test machen? Und ich erinnere mich immer noch an Norman Teuerkauf, ganz, ganz alte Geschichte und zwar war das bei der Eintracht, da gab es die Linksverteidiger-Diskussion von Friedhelm Funkel und da wurde auch in den Pressekonferenzen gefragt, wie sieht es denn aus mit dem Norman Teuerkauf? Könnte der einer für die Linksverteidiger-Position sein? Hat er nur abgewunken. Der Spieler ist dann weitergewechselt, hat dann einige Jahre erfolgreich beispielsweise bei Eintracht Braunschweig gespielt und jetzt immer noch, muss man auch Respekt haben in der zweiten Liga bei Heidenheim ist dort immer noch ein veritabler Spieler. Also es gibt halt Spieler, die das dann halt nicht auf dem 1A-Weg machen, aber dann auf dem 1B-Weg und immer noch gut im Profifußball ankommen. Vielleicht könnte man da den einen oder anderen auch gewinnbringender verkaufen und nicht einfach weg ekeln. Könnte dementsprechend auch ein Invest in die Zukunft und dann gleichzeitig, dass ich wenigstens sagen kann, okay, für 500.000 verkaufe ich den und dann hole ich das wieder rein. Aber das muss, und das ist das A und O von was die auch richtig erwähnen, ein Konzept sein und gleichzeitig auch kommuniziert werden. Das heißt, wenn ich denn dementsprechend jemanden wie Indica für 35 Millionen, jetzt sag ich einfach mal, verkaufe und wenn ich dann plötzlich aber dann trotzdem sage, ja Leute, wir haben aber nur 15 zur Verfügung, fernab von Corona, dass ich dann auch sage, ja, das ist aber die Masse, die wir jetzt auch nehmen, jetzt einfach nur rein fiktiv, um dann die U21 dann perspektivisch für die nächsten Jahre aufzubauen. Das ist in Ordnung, das ist ein Plan, aber dieser Plan müsste dann auch kommuniziert werden, damit er auch für alle Fans das verständlich ist, aber sagen, okay, wir gehen das ein, dann finde ich das in Ordnung. Ja. Ja. Ja, das ist so richtig. Mal sehen, also, was die Eintracht da in diesem Thema, in diesem Themengebiet noch tun wird. So, wenn Marvin keine weiteren Themen hat, dann biegen wir jetzt aber in Richtung der Empfehlungen ab. Äh, da muss ich mal den Jingle treffen, da. Und jetzt kommen die Empfehlungen von und mit René, Basti, Marvin und Dennis. So, wir haben auch diese Woche wieder so ein paar Empfehlungen zusammengetragen. und ich fange einfach mal an. Ähm, und zwar möchte ich euch diese Woche empfehlen, die, wir sind zwölf, ich weiß nicht, nutzt ihr die? Ich weiß nicht, was ist. Ich bin auf die Sprünge. Ähm, ich auch nicht. Okay. Es ist eine App, die auch aus dem Eintracht, ähm, Fan-Kosmos kommt und zwar, ähm, sammeln die quasi sowohl aus Twitter als auch aus Blogs oder auch aus, ähm, sag schon, ähm, hier, äh, Presseerzeugnissen, also FN, Frankfurter Neue Presse, FHZ und so weiter, ähm, die Artikel zur Frank, äh, zur Eintracht und, äh, listen die quasi auf in so einem Timeline-ähnlichen Feed und du kannst dann quasi da draufklicken und kommst dann, ähm, zu den einzelnen Artikeln. Du hast halt eine Stelle, wo so alle aktuellen Eintracht-News zusammenlaufen und da ist auch noch so ein bisschen Community-Forums-Thema äh, äh, intendran. Mit dem hab ich mich jetzt noch nicht zusammengefunden, aber ich find's halt relativ komfortabel, dass du das Ding halt quasi morgens aufmachst und dann alle neuen Presse-Dinger zur Eintracht da drin hast und, äh, Tweets und Zeug und da halt relativ bequem durchscrollen kannst. Fand ich eine ganz, äh, charmante Variante, dass man sich da eben einfach nicht auf mehreren Seiten das Zeug selbst zusammensuchen muss. Gibt's kostenfrei sowohl für Apple als auch für Android und soll auch in nächster Zeit noch ein bisschen, äh, aufgebaut werden. Also von daher, wer so ein bisschen News-Sammelfeed für die Eintracht haben will, der kann da mal reinklicken. Ich verlinke euch mal die Webseite von denen. Ist also wie so ein eigener News-Stream, verstehe ich das richtig? Also die haben keinen eigenen Content, sondern die verlinken. Presse und so weiter wird halt quasi zentral gezogen. Ich glaube, bei Tweets haben sie so ein bisschen, äh, kuratiert, also wo sie dann eine Auswahl machen, wenn dann irgendwelche Statistik-Tweets nach den Spielen sind, die dann da reinlaufen oder solche Geschichten. So ein bisschen das Update für Eintracht-Fans. Genau, so ein bisschen in der Richtung. Na, das klingt doch ganz vorzüglich. Hm, genau. Von daher kann man sich die gerne mal anschauen und hat's alles an einem Ort. So. Was habt ihr denn so empfehlungstechnisch? Ich hab gesehen, da war was mit Filmen oder einen Image-Film oder sowas, ne, Basti? Ja, äh, das Alex hier immer ihren, äh, Fußballverein empfiehlt, hat Wellen geschlagen, dass sich ein Freund bei mir tatsächlich gemeldet hat, den ich länger nicht gesehen hab. Ach was. Und der hat, äh, einen Film über die Damenmannschaft des FC Langen gemacht, die dann irgendwie in die Gruppenliga aufgestiegen sind. Das ist ganz nett gemacht und, äh, hat mich gefragt, ob ich das hier empfehlen kann. Das tue ich gerne, weil man natürlich auch Frauenfußball immer ein bisschen, äh, pushen muss, weil das immer noch an der Aufmerksamkeit hakt. Was meiner Meinung nach auch daran liegt, liebe Grüße, dass man da trotzdem Wolfsburg und Hoffenheim spielen sehen müsste, wenn man sich das anschaut. Also hat eigentlich der Frauenfußball ähnliche Probleme wie der Männerfußball teilweise. Ja. Sehr schön. Guter Punkt. Ja. Verlinken wir mal, letzte Woche waren es dann die Damen von Möfelden-Waldorf. Diese Woche sind es dann die Damenmannschaft des ersten FC Langen. Sehr schön. Könnt ihr euch den Imagefilm angucken. Ich habe vorhin nochmal kurz reingeklickt. sieht, sah gut aus ohne Ton. Das kann ich... Aber das ist kein Imagefilm. Ich glaube, das ist ein Film, ein Aufstiegsfilm. Oder Aufstiegsfilm, ja. Gut. Und dann haben wir auch ein Thema, was wir auch jedes Jahr immer wieder haben. Und zwar geht es um Weihnachtsgeschenke. Und zwar Weihnachtsgeschenke für Kinder, ne? Auf jeden Fall. Also es ist genau unser Dauerthema seit vielen, vielen Jahren und immer noch eine wunderbar schöne Aktion. Und zwar ihr Weihnachtsgeschenk für Frankfurter Kinder. Und der Weihnachtsbaum, der ist in verschiedenen Orten und da kann ich ja gleich mal ein paar vorlesen. Zum Beispiel, also da findet man an den Frankfurter Volksbank beispielsweise oder Bergerstraße, Leipzigerstraße. Gibt aber auch Galeria Kaufhof. Karstadt Kaufhof heißt das ja mittlerweile. Galeria ist ja mittlerweile komplett neu gestylt bei der Frankfurter Innenstadt. Also insofern. Oder im Nordwestzentrum. Je nachdem, wo ihr wohnt, könnt mal vorbeigucken. kinderbüro-frankfurt.de Da gibt es dann dementsprechend Verlinkungen. Bis zum 16. habt ihr die Möglichkeit, die Geschenke dann abzugeben. Wie gesagt, an den einzelnen Bäumen sind dann so kleine Kärtchen. Dann reißt man eins ab und dann schaut man, für wen man dem was schenken kann. Das muss auch alles nicht elendig teuer sein. Aber damit macht ihr Frankfurter Kinder, die es ein bisschen schwerer haben, die vielleicht kein Weihnachtsgeschenk bekommen. Es ist eine schwierige Situation. Es ist eine scheiß Weihnachtszeit. Weihnachtszeit, ich liebe Weihnachtszeit. Aber wir wissen alle, brauchen jetzt die Augen auch nicht davor verschließen. 2021 war wieder ein erneut schwieriges, anstrengendes Jahr. Politische Führung ist nicht zu sehen. Tut mir leid. Ich fange jetzt nicht wieder damit an, dass ich komplett ein bisschen desillusioniert gerade bin. Aber es geht Leuten nicht wunderbar. Ich freue mich beispielsweise, dass der Weihnachtsmarkt in Frankfurt gerade erstrahlt. Ich war gestern da, da war fast gar nichts los. Könnt ihr auch mal hingehen, mal einen schönen Crepe essen. Schöne Grüße an Chris an dieser Stelle. Und genießt das, dass man das überhaupt machen kann. Und vielleicht denkt ihr an ein Frankfurter Kind, was irgendwie ein kleines Geschenk irgendwie benötigt. Und dann freut man sich und dann hat man auch was Gutes getan für dieses Jahr und kann dann noch ein Glühwein mehr für sich dann trinken. Ja, ist eine sehr schöne Aktion, die wir hier an dieser Stelle schon seit ein paar Jahren immer wieder empfehlen. Von daher linken wir euch die Webseite. Guckt euch mal an, ob so ein Wunschbaum bei euch in der Nähe steht. Holt euch ein Kärtchen, kauft den Kindern was, gebt die Geschenke bis zum 16.12. ab. und seid euch gewiss, ihr habt damit auf jeden Fall einen kleinen Menschen glücklicher gemacht. Alright. Habt ihr noch was? Ich will auch ein Weihnachtsgeschenk. Ich habe es, glaube ich, bei 319 schon mal gesagt. Ich suche ein spezielles Trikot. Es gibt dieses rote Tetra Pak Trikot. Das hat die Eintracht ja nochmal rausgebracht. Das gibt es aber irgendwie nicht mehr. Okay. Einmal dieses gelbe und einmal dieses rote Tetra Pak Trikot. Ich suche das in L, falls das irgendwo jemand findet. Ich will das auch nicht geschenkt haben. Ich will das auch kaufen, aber momentan scheint es nicht verfügbar, falls da irgendjemand irgendwie, irgendwo irgendjemandem das über den Weg läuft. Kann ich mir mal vielleicht gerne den Link irgendwie schicken, dass ich das erwerben kann. Also das rote Tetra Pak Score Draw. Also ich suche auch kein Originales, was irgendwie 500 Euro kostet, sondern einfach nur dieses nachgemachte. Okay. Einmal das Geschenk. Das ist eine geile Idee. Wenn einer zufällig an dem Tetra Pak Trikot, an dem lila Tetra Pak Trikot, wo der Eintracht vorbeilaufen sollte, kann er auch gerne mal nicht denken, das fand ich nämlich mega geil. Oder das Blaue würde ich auch nehmen. Aber ich glaube, ganz ehrlich, da stehen hohe Preise drauf. An dem lila, dann glaube ich schon, das ist doch, glaube ich, mega selten, oder? Ja, das war, glaube ich, das lila war, glaube ich, sogar nur ein Torhüter. Ich meine, das wäre nur das Torhüter Trikot gewesen. Genau, von Köpke. Und das Blaue ist natürlich aber auch relativ selten. Bestimmt irgendwie so bei zwei Testspielen aufgetragen oder so. Also ich glaube, da stehen hohe Preise drauf. Außerdem muss ich mich in der Konkurrenz ja auch mit Stefan Reich wahrscheinlich rumschlagen. Ja, dann wahrscheinlich Mondpreise. Der im ganzen Lockdown wahrscheinlich kein Geld für nichts ausgegeben hat, außer für Käse und Trikots. Ja gut, aber nach dem, was man so gehört hat, hat er für Käse ja eine Menge Geld ausgegeben. Also naja. Alter, Chelsea ist so geil, alle. 3-0. Das ist schon eine Barbermannschaft, ey. Tuchel hat da echt eine Maschine geschafft. Ja, Käse und Trikots ist doch ein schöner Sendungstitel zum Ende. Käse und Trikots, ja. Sehr schön. Ja, also falls ihr da Tetra packt Trikots entweder in Rot, dann ruft ihr den Basti an oder in Lila oder Blau findet, günstig zu erwerben, dann ruft ihr den Marvin an, damit der auf jeden Fall schneller ist als der Kollege Reich. Viele Grüße gehen raus. Gut, dann würde ich sagen, machen wir den Sack zu für diese Woche. Wir hatten eine Menge Themen zu besprechen, sind hin und her gerissen, wie sagt Basti immer so schön, ambivalent aushalten zwischen Vorfreude auf Donnerstag und leichtem Abfuck. Aber so ist das in den aktuellen Zeiten, da müssen wir alle durch. Wir wünschen euch trotzdem eine wunderschöne Restwoche. Genießt die beiden Spiele, Donnerstag gegen Antwerpen, Sonntag gegen Union und dann melden wir uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut! Tschüss. Hey, hey, hey ett, kein Apont vor Hey, hey, hey ett, kein Apont vor Ey, ey, thats got a bun mud Ey, 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 thats got a bun mud Outro